unter dem rösslein der die felder in thüringen waren gelehrt die viehherden weideten auf den stoppeln und die jäger zogen mit ihren hunden in den bergwald auch die brüder immos hatten durch einige wochen den heerschild getragen sie waren gegen die elbe gezogen um einen einbruch der böhmen zu rächen aber der feind war ihnen eilig hinter seine berge ausgewichen und sie fanden nur die verkohlten trümmer der niedergebrannten höfe da waren sie unzufrieden heimgekehrt und sannen mit ihren landsleuten auf einen vergeltenden zug für das nächste frühjahr als sie an einem hellen erbstabend von der jagd heimkehrten und gerade über die brücke eines nachbardorfes ritten fanden sie den weg durch gedränge der einwohner gesperrt und noch immer liefen die leute aus den höfen einander zurufend und heranwinkend in der mitte hielten reiter und um diese schloss sich der ring die jagdhunde der brüder fuhren mit wütendem gebell gegen den haufen und erwin hatte mühe die zerrenden an ihren riemen zurückzuhalten es sind fremde welche ausgefragt werden rief ortwin und schneller trabten die rosse die dorfleute machten den jünglingen grüßend platz und diese fanden in der mitte den spielmann witzelin der wie ein herr gekleidet und von einem dienenden genossen begleitet war welcher das seitenspiel bewahrte zwei landleute hielten das rost des spielmannes am zügel vor ihm standen die ältesten des dorfes und in großem kreise alt und jung mit aufgerissenen augen verwunderung und helle neugierde in den gesichtern sei gegrüßt spielmann rief odo lächelnd wer deine pferde betrachtet muß rühmen daß du glück im kriege gehabt hast witzelin neigte sich artig und trieb sein pferd womit es die wohlgeformten glieder rege in dem siegreichen heere findet auch ein armer spielmann etwas gutes versetzte er stolz wunderbares erzählt er von dem glück des königs und wie die burgen des markgrafen brannten berichtete ein alter bauer tag und nacht könnte ich euch erzählen niemand vermöchte in einem niedersitzen alle heldentaten herzusagen fuhr witzelin fort auch bei euch raste ich wohl einmal und singe unter der linde jetzt aber öffnet den weg denn ich begehre dringend weiterzuziehen ich hoffe du herbergst heut bei uns im hofe warnte odo doch unter den dorfleuten erhob sich gemurr er hat noch wenig gesagt riefen mehrere stimmen wir verlangen von den nachbarn zu hören welche freiwillig zu könig heinrich gezogen sind schrien andere als helden kehren sie zurück ihre wagen sind schwer mit dem kampfgewinn beladen und beuterosse führen sie in langer reihe auch böhmische knechte welche ihnen der könig zugeteilt hat wenn sie dieselben nicht bereits an die händler verkauft haben denn ihnen wird mühsam sein die menge der sklaven auf der reise zu ernähren ein lauter schrei der verwunderung antwortete und die knaben schlugen in ihrer aufregung wurzelbäume im staube sahst du denn dindo den sohn meiner schwester vendilgard rief eine stattliche bäuerin dindo versetzte vizelin der held mit den runden backen sicher kenne ich ihn er kehrt ganz heil zurück und ich meine in seinem reisegepäck liegt auch eine spange welche das stolze herz seiner base erfreuen wird was weißt du von engelbrecht klang es aus dem haufen und vom vortänzer richelow engelbrecht kommt ganz ohne wandel so wie er gegangen ist und der schnelle richelow hat neue reigen getanzt von der mauer in eine brennende stadt beide schreiten mit gebauschten taschen einher und bringen für manche die ihnen lieb sind gutes in ihren säcken geduldet euch jetzt und ihr alle werdet erstaunen wieder ging das frohe schwirren durch die versammlung und aller blicke richteten sich nach den brüdern niemand wollte die frage tun die zuerst ihnen gebührte da sie aber schwiegen rief sigilind ein mutiges weib weißt du etwas von brunico dem sohn des alten baldhart ah rief vizelin du nennst einen von den großen helden des königs heinrich laut hörte ich seinen goldschatz rühmen denn armringe aus königsgold die wohl ein halbes pfund schwer waren hat er meinen genossen auf die straße hingeworfen als lohn für ihre lieder da scholl wieder ein lauter schrei des erstaunens und sigilind gisa engeltrud und die anderen weiber hoben die hände zum himmel und rannten von dannen um den höfen die unglaubliche kunde zuzutragen schnatternd wie gänse fahren sie mit gereckten hälsen auseinander spottete vizelin leise zu odo die bahn ist gefegt gefällt's euch so dringen wir durch und nach allen seiten grüßend und rückkehr verheißend trabte er mit den brüdern von dannen kaum war der spielmann in das tor des herrenhofes geritten so flog die kunde von seiner ankunft durch jeden stall und jede kammer auch hier drängten die leute heraus die knechte waren beflissen ihm und seinem gefährten die pferde anzubinden und die mägde steckten die köpfe zusammen und bewunderten sein schönes gewand und die klirrende kette nur murhard der hofhund und sein geschlecht waren nicht willig zu wedeln sie bellten wütend und unablässig und sprangen feindselig an den spielleuten herauf und vizelin klagte gegen odo welcher die hunde scheuchte mit finsterem lächeln der erfahrende vermag die gunst der männer und frauen zu gewinnen die köter aber bleiben seine feinde sie erkennen ihn in jedem gewande er ordnete haar und rock und zog sein gesicht in ehrbare falten als er in den saal vor die augen der herrin edith trat hinter ihm sammelten sich die dienstleute alle in froher erwartung der kunst die er nach dem male spenden würde den spielleuten wurde ein besonderer tisch gestellt aber edith winkte daß ihnen gute kost geboten wurde und der beste med des hauses und vizelin erhielt den med in einem silberbecher welcher ihm der ehre wegen noch lieber war als der trank nach dem male begann edith da du beim heere des königs weiltest so gib uns kunde soweit du vermagst denn nur undeutliches hörten wir von seinem siege und dem unglück der feinde der spielmann erhob sich und begann seine sage vom raub des schatzes von belagerung der feste und von den kämpfen gegen hetzilo er sprach langsam und feierlich und seine rede tönte zuweilen wie gesang vieles berichtete er getreu nach der wahrheit anderes wie es ihm in den sinn kam den namen des mannes aber an den jeder in der halle dachte nannte er nicht regungslos mit verhaltenem atem lauschten die zuhörer nur wenn er vom schlachtgewühl erzählte rührten sich die männer ihre augen glänzten und sie nickten einander zu und so oft er den fall der helden und den brand der burgen beklagte seufzten die frauen als er seinen langen bericht beendet hatte sprach edith füllt ihm aufs neue den becher du aber bewahre das silber mit unserem dank denn große dinge hast du uns verkündet die wir alle im gedächtnis behalten solange wir leben da sprang gottfried auf überreichte dem spielmann den becher und begann weißt du etwas von meinem bruder immo so verkünde auch das denn an ihn dachten wir alle während wir dich hörten bei diesen worten des knaben brachen die dienstleute in einen freudenschrei aus es war ein kurzer ruf der schnell verhallte aber er kam aus bedrängten herzen die von einer last befreit wurden vizelin hob den becher und rief heil sei dir junger held daß du als der erste nach ihm frägst im saale seiner väter er ergriff sein spiel fuhr schnell über die seiten und sprach dieses spiel hat oft von seinem namen getönt denn wir fahrenden singen mehr als ein lied von ihm auf den märkten und am herdfeuer wollt ihr das eine hören wie er den grafen ernst schlug und die seiten rührend stimmte er die weise an einen helden weiß ich immo aus thüringeland so lautet das lied erklärte er höre geschlecht und er begann seinen sang wie immo an der furt des baches die helden des babenbergers schlug den waltram hartwin und den jungen hadamund und wie er darauf die wache am felsentor hielt um durch seinen leib den könig zu decken dort lief der edle graf ernst gegen ihn an die speere flogen die schilde krachten und aus den schwertern fuhr die feurige lohe bis der babenberger mit zerschlagenem helme betäubt zurückfuhr da warf wolferei von fern her den hammer und traf dem jungen helden das haupt das er blutend zurücksank aber den fall seines edlen zu rächen sprang könig heinrich selbst in den kampf oft hatte der spielmann die herzen der hörer bewegt wie er wollte und er war gewöhnt daß sie durch hellen ruf und leise stöhnen ihren anteil kund gaben heut aber freute sich der schlaue über das entzücken welches er erregte die dienenden frauen steckten in ihrer aufregung die hände immer wieder dem himmel zu gertrud schluchzte vor freude und die dienstmannen schnoben heftig mit den nasenflügeln und griffen mit den händen um sich der knabe gottfried stand wie verzückt mit glühenden wangen und aufgerissenen augen seine schlanke gestalt schien zu wachsen und sein goldenes haar sträubte sich um das haupt auch andere sah der sänger welche sich gegen die gewalt seiner töne wehrten bis ihr stolzer groll dahinschmolz in der heißen freude über die ehren eines haussohns die mutter barg nach den ersten tönen ihr gesicht in der hand und als er den sturz immos verkündete erhob sie sich von ihrem sitz und trat zurück in das dunkel die brüder saßen im anfange mit zusammengezogenen brauen gleich männern welche gefaßt sind unwillkommenes zu hören doch auch ihr widerstand wurde schwach in ihren augen leuchtete die freude die jüngeren sprangen auf und traten nahe zu dem sänger nur odo blieb sitzen aber um seinen mund zuckte die bewegung und als der sänger endete und ein jubelgeschrei der dienenden welches nicht enden wollte durch den saal brauste da trat odo zu dem spielmann bot ihm den becher aus dem er selbst getrunken hatte und sprach nimm noch dies silber das dir die söhne irmfrieds spenden leben wir auch in zwist mit dem bruder wir freuen uns doch wenn der name unseres geschlechtsgenossen im lande gerühmt wird weißt du mehr von ihm rief gottfried der spielmann rührte sogleich wieder die seiten ihr mögt wählen unter den liedern die ich von ihm habe und er verkündete ihnen nach der reihe alles wie held immo unter den sachsenritt wie er den dienstmann egbert schlug und wie er als erster sich mit seinen genossen in die festung schwang der sang war verklungen die hörer saßen schweigend ganz aufgelöst von der starken bewegung da ergriff witzelin seine fiedel und begann mit dem bogen die seiten zu rühren langsam in einer rührenden weise aber er sang und sprach nicht mehr auch die versammelten saßen still und wenn einem das herz zu weich wurde so wischte er verstohlen die träne ab das war die erste kunde von immo welche in sein vaterhaus drang nicht lange darauf kehrten die bogenschützen in ihre dörfer zurück mit hochbeladenen wagen und manchem schönen beutestück mehr als einer wurde nach dem hofe geladen und erzählte so gut er vermochte von sich selbst und von seinem anführer und daß immo mit dem sohne baldharz am main von ihnen geschieden war um zu den sachsen an die see zu fahren seitdem kam keine nachricht von dem helden auch die eltern brunikos wußten nichts zu erkunden die blätter fielen und der sturmwind tobte um die mauern der mühlburg von welcher der alte dienstmann berthold täglich nach seinem herrn aussah berg und wald lagen unter weißer schneedecke jeder der einen warmen ofensitz erlangen konnte schlüpfte hinein und lauschte vergnügt auf das brodeln im kupfernen topfe aber der stuhl den edith täglich dem herrensohne rückte blieb leer und niemand wußte zu sagen ob er unter dem dach eines gastfreundes geborgen saß oder ob er auf wilder see umhertrieb in rasendem sturm und wirbelnden schnee die weiße decke welche den bergwald verhüllte schwand im frühlingswind in tausend rinnen rieselte und strömte das wasser zu tale jeder kleine quell wurde zum bach die waldbäche fluteten wie große ströme die weiher und seen am fuß der berge überschwemmten ried und wiesen und dem fremden welcher von einer höhe auf die thüringische ebene herab sah glitzerte überall zwischen wald und ackerbeeten eine gewundene wasserfläche entgegen aus welcher die dorfzäune hervorragten und er konnte zweifeln ob er einen ungeheuren see vor sich sah mit zahllosen inseln oder einen breiten vielarmigen strom dann lagerte am morgen und abend dichter nebel auf der flut und bei tage flatterten ungeheure schwärme von wasservögeln darüber hin aber nach wenigen wochen war der schwall vermindert sonne und wind verscheuchten den wasserdunst die erde sog begierig das befruchtende naß und während die knospen der bäume schwollen hob sich der wiesengrund wieder aus der flut und die waldbäche zogen gebändigt durch ihre ufer den flüssen zu und strudelten wo ein baumstamm oder eine erzscholle in ihrem bett haftete dies war die zeit im jahre wo die männer aus den waldlauben sich ihrer schifffahrt freuten denn auch ihnen war ein fluss zuteil geworden nur klein aber ehrwürdig dem ganzen lande welcher aus den waldbächen zusammenran und zwischen dem gebirge und steilen hügeln der untergehenden sonne zufloss die horsila war damals kein unscheinbarer bach sie trug befrachtete kähne in die werra und weit von norden her kamen fahrzeuge der sachsen und friesen die strömung hinauf bis an den wald dort war bei dem alten dorfe horsilgau der kleine hafen wo sie ein und aus luden eine wertvolle stätte für die waldleute denn die landfracht vom norden her war teuer und der weg oft unsicher das wasser brachte ihnen die kunstvolle arbeit der friesischen und flämischen weber und manches kaufmannsgut das ihre frauen ungern entbehrt hätten sie aber tauschten dagegen ein was ihr land an waren bot honig und wachs pelzwerk und tierhäute auch die erfurter kamen heran so oft die kähne abfuhren und anlegten sie schlugen am ladeplatz ihre bänke auf kauften und tauschten und führten die fracht auf hoch bepackten karren nach ihrem großen markt vor andern aber freuten sich die mönche des heiligen wigbert der schifffahrt denn sie waren seit alter zeit die herren der kleinen wasserstraße und sie hielten die burg gotha zumeist darum hoch weil diese eine feste ihres hafens war und ihr herrenrecht über den fluß behaupten half denn der zehnte welchen die mönche von allem schiffsgut erhoben war eine wertvolle einnahme des klosters er lieferte die wolldecken ihrer lager stoff zu ihren kutten und vor allem die geehrte fastenspeise den gesalzenen seefisch welcher ihnen das ganze jahr freude an ihrem trunk gab so wertvoll war dies herrenrecht daß sie durch viele jahre blutige kämpfe darum geführt hatten dennoch vermochten sie es nicht ungeschmälert gegen einen nachbar zu bewahren welcher klug gleich ihnen und stärker als sie ebenso auf der nordseite der horsila herrschte wie sie längs dem walde ihr feind war das kloster von fulda in welchem der heilige bonifatius beigesetzt war und die beiden glaubensboten winfried und wickbert kämpften aus ihren klöstern zweihundert jahre nach ihrem tode grimmige fehden um die heringstonnen der nordsee und um die gewebe derselben friesen deren vorfahren sie einst bekehrt hatten so heftig tobte der kampf zwischen den bewaffneten der beiden klöster so daß die sachsenkönige mehr als einmal gezwungen waren sich zwischen die streitenden zu stellen endlich hatten die mönche von fulda das recht erworben daß auf ihrer uferseite kähne frei von dem zoll der wickbert leute fahren durften aber der hass der klöster wurde durch den schiedspruch des königs nicht gestillt und fast in jedem jahre wurden männer erschlagen und häuser niedergebrannt diesmal brach das eis und schmolz der schnee früher als sonst das tauwetter vereitelte einen rachezug den könig heinrich über die gefrorenen sümpfe in das slavenlande gerüstet hatte dafür bereitete es den waldleuten die freude daß sie am fest der tag und nacht gleiche auf schneelosem anger ihre reigen sprangen und daß sie an demselben heilbringenden tage auch die kahnfahrt auf ihrem fluss eröffneten die fahrt war eine woche vorher zu erfurt und auf dem lande angesagt worden damit sich bei zeiten rüste wer gut und wahre nach der werra zu den hessen und sachsen abwärts führen wolle schon hatten die erfurter ihre lastwagen zu einer kleinen wagenburg beim dorfe vereint in langer reihe lagen die kähne welche von den waldleuten die wasserrösslein genannt wurden am ladeplatz neu geteert lang und schmal zum teil beladen auf die abfahrt harrend während die anderen durch schiffer und starke lastträger gefüllt wurden aber auch von der mündung des flusses waren bereits einige kähne strom aufgeführt die schiffer hatten ihre güter an dem ufer geschichtet und harrten der neuen ladung sie waren an ihren strohhüten den langen weißen röcken und den breiten schwertmessern als sachsen zu erkennen ein weiter raum war auf dem anger abgesteckt und mit einem seil umfriedet dort stand das marktkreuz und st wikberts banner und daneben hielt der hauptmann mit seinen bewaffneten und dem büttel um den marktfrieden zu erhalten und von vieh und waren den zoll zu erheben in der ferne auf der anderen seite des baches wehte neben einem schuppen das banner von fulda geschützt durch gewappnete welche der großen familie des heiligen bonifatius angehörten doch auf der wikberts seite war der rege verkehr auch die landleute welche nicht selbst um schifffahrt sorgten fuhren an diesem tage gern zu der stätte wer freunde und alte genossen begrüßen wollte konnte sie dort finden wer sich einem herrn zum dienste geloben wollte suchte dort die gelegenheit rosse und herdenvieh wurden aus den winterstellen zum verkauf herangetrieben die edlen der umgegend kamen im eisenhemd mit ihrem gefolge und das volk der fahrenden fehlte nicht mit seiner musik mit neuen liedern und kunststücken im ganzen lande war die lust dieses tages berühmt und sie erschien den streitbaren männern um so größer weil selten ein fest verging ohne schwerthiebe und tiefe wunden die sonne schien hell und größer als seit langer zeit war das gewühl der zugewanderten gäste nicht allein an dem flusse in allen dörfern längs dem bergwald wurde der ausgang des winters und die junge herrschaft des sommers gefeiert man sah lange reihen geschmückter dorfleute im freien tanzen und vernahm ihren gesang und das getön der fiedeln und pfeifen überall auf den hügeln und den vorsprüngen der berge waren holzstöße errichtet welche nach untergang der sonne brennen sollten denn die ganze nacht galt für günstig und heilbringend sie wurde beim trinkkrug unter gesang und reigentanz durchwacht und war vielen der liebste teil des festes zwischen den bänken worauf die erfurter ihre ware ausgelegt hatten zogen die dienstmannen der edlen mit ihren knechten daneben junge dorfhelden vom nessebach auch die leute aus den wendendörfern waren mit ihren frauen gekommen und neben thüringischer sprechweise vernahm man sächsische worte und die feintönende rede der slawen durch das gewühl sprengten sechs hochgewachsene reiter die söhne irnfrieds unter ihnen gottfried der heut zum ersten mal im schwertgurt über das land ritt und stolz auf die grüße und glückwünsche antwortete welcher ihm hier und da aus den haufen zugerufen wurden neugierig blickte der junge krieger auf die fremdländischen männer und waren aber die neue würde hielt ihn ab von freudigem ausruf und fragen die brüder stießen auf einen trupp berittener spielleute darunter auch weiber in fremder tracht welche ihre pferde in künstlichem tanze trieben während die männer um die raststelle erhandelten als die sechs einen augenblick in der nähe hielten scheute das ross eines fahrenden weibes und sie glitt dicht vor den brüdern auf den boden mitleidig sprang gottfried ab um sie vor den pferdehufen zu bewahren aber wie ein federball hob sich das weib vom boden und bevor er sich's versah fühlte er einen leichten schlag auf seiner wange das weib schwang sich in den sattel und davonsprengend rief sie lachend gesegnet seien dir die hübschen roten wangen da lachten die leute rings umher gottfried aber wurde vor zorne noch röter und warf einen feindlichen blick auf die dirne noch grollte er über die dreistigkeit da hörte er wie graf marquardt von tonnar spottend den brüdern zurief seit wann treibt ihr helden kaufmannschaft wie die krämer zu erfurt odo sah ihn befremdet an nichtige worte redest du der graf wies auf ballen und tonnen welche am ufer lagen sie tragen das zeichen womit ihr maket was euer ist ich rühme die klugheit welche das erbe durch handel zu mehren weiß odo versetzte rühmlicher wäre es das erbe durch kaufmannschaft zu mehren als durch raubgierigen wolfssprung auf der heide denn die leute dir zutrauen marquardt hob zornig den arm doch als sechs hochstämmige helden nahe um sein rost drängten begnügte er sich feindseliges zu murmeln und wandte sich zur seite die brüder aber ritten zu den tonnen und sahen erstaunt die runenmarke welche mit weißer farbe den stücken aufgemalt war das ist immos zeichen riefen sie wie aus einem munde und odo frug den schiffer welcher dabei stand woher kommst du und für wen bringst du das mein wasser rost drug es vom norden drei wochen haben wir gegen den strom gerungen und mancher treibende baumstamm streifte an den bord bevor wir ausluden für einen burgmann im lande ist es bestimmt die brüder bestürmten ihn mit fragen aber von immos wußte der mann nichts zu berichten in der hölzernen halle welche unweit des baches errichtet war und im sommer allerlei frachtgut bewahrte saßen heute die häupter der landschaft edle und grafen welche dem feste zugeritten waren marquard von tonner war da mit seiner ganzen sippe und seinen trotzigen dienstmannen die grafen aus dem nordgau und andere neben den thüringen auch hessen unter diesen graf gerhard aus den buchen ihn hatte die gnade des königs wieder zu einem stattlichen herrn gemacht denn obgleich ihm die waldwiesen und mancher andere schöne acker abgenommen waren galt er noch immer für reich an erbe und lehen auch in thüringen hatte er unweit der horsila hufen und hörige leute heut begrüßte er die edlen thüringe zum ersten mal seit seinem unglück er war leutselig und mild gegen jedermann und wenn einer auf die letzte gefahr anspielte so zuckte er nur wehmütig mit den achseln aber die meisten der anwesenden vermieden davon zu sprechen denn sie wußten wohl daß sie selbst um ein kleines in derselben not gewesen wären der raum war mit tischen gefüllt und der schenkwirt auch ein knecht des heiligen wickbert lief mit den kannen umher und drehte fleißig am hahn seiner fässer die sonne sank hinter die berge und es dämmerte in dem fensterlosen raume als die söhne irmfrieds eintraten odo grüßte und von mehreren tischen klang der gegengruß aber marquard und sein geschlecht welches mit dem grafen gerhard unweit des einganges saß sperrte sich breitsetzend den weg zu den tischen gebraum marquard sagte odo damit wir dir nicht die knie scheuern aber der held streckte sein bein kräftig aus und versetzte mich wundert daß die söhne irmfrieds begehren ihren sitz unter den edlen des landes zu nehmen da sie sonst häufiger die schwieligen hände der bauern drücken als die unsern harre bis wir für ehrenvoll halten deine hand zu fassen versetzte odo unterdes wundere dich nicht daß ich deinen stuhl schwenke da du selbst das nicht tun willst mit einem kräftigen ruck drückte er den beschwerten stuhl beiseite marquard hielt sich mit mühe im gleichgewicht er fuhr auf und mit ihm sein geschlecht die hände griffen an die schwerter und das eisen klirrte in der halle aber der hauptmann des heiligen wickbert rief mit lauter stimme gedenkt des marktfriedens und gerhard sprang begütigend zerzwischen und rief wer eine hand zu viel hat der greife an das schwert ihr andern aber hütet euch denn jedes tun hat seine zeit und jetzt ist die zeit friedlich zu trinken dieser rede riefen viele stimmen beifall der tumult wurde gestillt und der wirt lief wieder mit den kannen gerhard aber begann in der schweigenden versammlung versöhnliches gespräch obgleich an dieser stelle die mönche wickberts ihr rauchfaß schwingen so will ich doch über sie die wahrheit sagen ich weiß manchen der größeres vertrauen zu andern fürbittern hat darum möchte ich dich hält odo fragen was dir von neuen wundern des glaubenshelden meginhardt bewusst ist denn auch davon hören wir gern beim trunke bevor odo die antwort gab rief der mönch welcher während des sommers als aufseher im dorfe wohnte ungewaschenes zeug kommt aus eurem munde gerhard weil ihr unserem heiligen in seiner eigenen halle die ehre vermindern wollt achtet lieber auf anderes was draußen vorgeht denn wundervolle kunde vernehmen wir die jedermann mit staunen erfüllt ein fremder spielmann sagt sie den leuten auch euch ihr herren wird es freuen sie zu hören dich aber du geschlecht irmfrieds geht sie noch mehr an als die andern der mönch steckte eine fackel an das ihr rotes licht die halle erleuchtete und in das tor sprang ein spielmann gefolgt von einem großen haufen neugieriger er schwang sich auf eine bank die einer seiner genossen vor den eingang stellte und lud mit heftigen armbewegungen alle edlen herren und jedermann ein die unerhörte neuigkeit zu vernehmen welche aus dem nordmeer gekommen war vom kampf der sachsen gegen die seeräuber bei hartem winterfrost hatten die sachsen den sieg gewonnen indem sie über das strandeis zogen und die festen burgen der räuber zerbrachen und unter ihnen stritten die helden der thüringe der edle immo irmfrieds sohn und bruniko sein genosse grimmig war die not der helden im streit gegen die seegespenster und gegen die riesen in den burgen die mit langen eisenstangen auf sie schlugen und er schrie alles was je von kämpfen gesungen wurde ist wenig gegen diesen kampf und alles was je von einem schatz geschaut wurde ist ganz wenig gegen den unermeßlichen goldschatz den die helden aus den burgen der räuber gewannen von ihm will ich euch jetzt erzählen soweit ich ihn selbst mit meinen augen erkannt habe denn alles vermöchte einer nicht zuschauen zuvor aber spendet mir etwas denn später wenn ihr gehört habt lauft ihr auseinander da lachten die zuhörer und viele griffen nach den ledertaschen der spielmann hob einen beutel an einer langen stange und fuhr damit durch die versammlung er überging keinen und wenn jemand mit dem kopf schüttelte so schnitt er ihm ein gesicht oder sagte ihm etwas boshaftes wenn er das wagte so daß die herren lachten und williger gaben und als er eingesammelt hatte erhob er sich wieder beschrieb die herrlichkeit des goldgerätes und schätzte es nach hundert pfunden recht genau bis die leute an der tür vor erstaunen die hände zusammenschlugen als er geendet hatte schied er von seinen zuhörern indem er schrie jetzt zieht dahin ihr edlen herrn und guten leute und verkündet es jedermann im lande denn selig sind die eltern und selig ist die ganze verwandtschaft der helden die mit so teurem goldschatz heimkehren ende von abschnitt 14 abschnitt 15 von die ahnen das nest der zaunkönige von gustav freitag diese librivox aufnahme ist in der public domain unter dem rösslein der horsila teil 2 die zuhörer am eingange liefen auseinander in der halle vernahm man durch das gesumme halblauter reden rufe des erstaunens alle augen hefteten sich auf die brüder und mancher trat an ihren tisch und rief ihnen scherzend heil zu auch neidisches gemurr und mißgünstige blicke stachen gegen sie odo aber sprach verwundert ist auch der fahrende ein verlogener mann vielleicht ist doch manches wahr haltet fest an euren sitzen und wehrt euch mit scharfer zunge gegen jede ungebühr denn ich merke nicht in frieden reiten wir heut nach hause graf gerhard aber eilte aus der halle gefolgt von einem vertrauten dienstmann denn es zog ihn mächtig zu den geheimnisvollen ballen und fässern welche wie er vernahm dem glücklichen immo gehörten er wandelte längst dem bach und sein mann wies auf den geschichteten haufen und die weißen zeichen alles riecht nach fastenspeise die von der see kommt begann der graf und seine nasenflügel zuckten das ist die schlauheit sie haben den schatz ganz unscheinbar unter essbarem oder auch unter anderen waren geborgen von je waren die sachsen ein listiges volk obgleich sie sich ganz einfältig zu stellen wissen viel wunderliches hörten wir längst über den goldschatz der see räuber aus allen meeren haben ihn die wilden zusammengeraubt durch viele geschlechter haben sie gesammelt wie könige saßen sie in ihren strandburgen sie tranken ihr bier aus goldenen schüsseln welche mit edelsteinen besetzt waren und man sagt daß sie die hufe ihrer rosse nur mit silber beschlugen dies alles hat ihnen herzog bernhard und dazu held immo genommen und was hier liegt mag diesen zum reichsten manne im lande machen wenn er es auf seine burg heim führt er blickte scharf um sich in der nähe war niemand zu erkennen auf den bergen flammten die osterfeuer aus den hütten klang geschrei und jauchzen und weiter abwärts am bache lautes gezänk und der ruf nach waffen die wächter der ladungen waren sorglos zusammengetreten und schauten nach der stelle wo wilde worte und schläge getauscht wurden der dienstmann traf eine kleine tonne welche von den andern abgerollt war mit einem stoß das sie zur seite fuhr gefällt's euch herr sagte er lüstern so gebe ich der runde noch einige tritte und ihr könnt in ruhe prüfen wie dieser schatz der räuber aussieht unwillig entgegnete der graf willst du mich im königsfrieden zum diebe machen du wicht wie darf ein ehrlicher mann fremdes gut nehmen wenn er es nicht durch gewalt und schwertschlag gewinnt hallo wächter hütet euer gut die fässerkollern ein mann in langem mantel den hut tief in das gesicht gedrückt sprang herzu hob das fass an seine stelle und brummte hütet euch selbst daß ihr nicht auf den boden kollert enthalte dich der grobheit freund versetzte der graf sanftmütig denn ich meine es gut ich hoffe held immo lässt seinen goldschatz nicht lange im wind und mondenschein liegen habt auch ihr gehört daß der held seinen schatz in diesen tonnen bewahrt frug der mann wir harren der wagen noch während dort die feuer brennen wird alles hinter tor und riegel geborgen ich lobe die vorsicht bestätigte gerhard die osterfeuer werden heut nacht den weg zur mühlburg erleuchten wer aber schreit dort und schlägt so wild frug er einen der wächter welcher herantrat es sind wieder die knechte der heiligen welche einander bei den haaren fassen antwortete dieser lachend die fuldaer sind über das wasser gekommen um die dorfmädchen im reigen zu schwingen und die knaben wickberts wollen das nicht leiden der graf schüttelte missbilligend das haupt uns schelten die mönche wenn wir einmal das schwert ziehen aber niemand von uns hegt einen solchen grimm gegen seinen feind wie die heiligen gegeneinander wollen sie selbst nicht frieden halten so sollen sie sich nicht wundern wenn auch wir zuweilen einer dem andern den weg verhauen in schweren gedanken schritt er der halle zu hinter ihm ballte der mann im mantel die faust auch auf dem umfriedeten raum vor der halle hatte der nächtliche jubel begonnen überall loderten hohe freudenfeuer die bänke auf denen die krämer gute bissen feil boten waren umdrängt von begehrlichen was stolze knaben gern ihren mädchen schenken bunte bänder glasringe halsperlen und kleine metallspiegel wurde eifrig gekauft am dichtesten umlagert waren die stellen wo aus fässern und großen kannen bier und med geschenkt wurde überall wo ein spielmann geigte ein sänger sang sammelten sich die zuhörer um die feuer aber schwangen frische knaben die mädchen im tanze gesondert nach gauen und dörfern zwar fehlten ihnen die abzeichen aus baumlaub und blüten durch welche sie sich im sommer unterschieden aber viele trugen das rote kreuz wickberts andere das rad mit welchem erzbischof willigis seine angehörigen bezeichnete und die aus dem nässebruch führten ein büschel roter wolle mit grünem band umbunden statt der distel welche sie zu anderer zeit auf ihren mützen trugen viele tanzten in eisenhemd und helmkappe alle die klirrenden schwerter an der seite zu ihren hohen sprüngen schrien pfeife und fiedel in gellenden tönen von allen feuern erklangen heilrufe und mark durchdringende jauchzer welche die thüringe vom walde gewaltiger auszustoßen wußten als andere helden mich wundert daß diese hier so sanft sind und sich ganz ohne messer ergötzen bemerkte gerhard im durchschreiten zu seinem dienstmann sonst waren sie behender das eisen von der hüfte zu holen die einander raufen wollen springen jetzt noch über den zaun ins freie lachte der dienstmann weil sie sich scheuen ihre hand unter das beil zu legen später reißen sie wohl die schranken nieder dann klingen auch hier scharfe weisen am tor der halle stieß gerhard auf den mönch welcher von zwei dienern begleitet den großen zinnbecher trug in welchem st wigbert an diesem feste ansehnlichen gästen den ehrentrunk bot diese spende war den herren der halle die wichtigste handlung des abends denn stets empfing der zuerst den becher welcher seinem geschlecht nach der edelste war viele der stolzen herren erhoben den anspruch und fühlten eifersucht gegen andere darum schuf der becher jedes jahr wenn nicht zufällig einer von den höchsten herren des reiches anwesend war dem bevorzugten geschlechte händel und feindschaft gerade deshalb war der vortrunk um so ehrenvoller der mönch stand mit dem becher in der mitte der halle segnete den wein und begann da unter den edlen herren welche st wigbert begrüßt niemand dem königsgeschlecht der sachsen angehört so reiche ich den becher heut dem helden aus dem ältesten geschlecht der thüringe und er trug den becher zu odo einzelne stimmen riefen beifall aber lauter war das mißfällige gemurr und geschrei die gegner steckten die köpfe zusammen und fuhren von ihren sitzen odo aber erhob sich trank der versammlung heil und reichte den becher seinem bruder ortwin da rief graf gerhard den die anderen zu ihrem wortkämpfer gewählt hatten ganz ungeschickt ist die wahl des mönches und eine kränkung für uns alle einen jüngling hat er zum vortrunk gerufen während hier nicht wenige sitzen deren haar im rat und kampfe ergraut ist eure klage nenne ich ungerecht rief odo zurück denn nicht den jungen krieger soll der trunk ehren sondern das geschlecht für welches ich hier als ältester stehe wir aber vermögen nicht die ehren deines geschlechtes zu rühmen entgegnete gerhard haben deine ahnen auch hier und da das schwert mannhaft geschwungen was keiner von uns ableugnet so führt ihr doch kein banner welches der könig euch in die hand gelegt hat wie wir andern die wir als herren das schildamt üben und wenn ihr auf eure edle herkunft pocht so wisset daß man hier und anderswo euren bauernadel belacht die jüngern brüder sprangen von ihren sitzen und odo rief wenn der könig unsere entlaufenen knechte mit lehen und mit einem banner begabt so rühmen sich die knechte große herren zu sein wir bauern aber meinen der könig kann zum grafen und markgrafen ernennen wen er will aber niemanden zu einem edlen euch aber rief graf gerhard wieder haben die mönche zu edlen gemacht ja man sagt auch daß sie euch in der stille zu kleinen königen gekürt haben nur daß man nicht laut davon reden darf odo schlug an sein schwert ich erkenne daß ihr selbst lust habt von dem königsstabe den wir in der hand führen die belehnung zu erhalten da erhob sich wieder der hauptmann von st wickbert und rief mit mächtiger stimme durch die halle übel fügen sich heiße worte zu starkem trunk ich rate daß ihr beide in dieser nacht euren wortkampf stillt morgen aber wie euch herren gebührt an versöhnung denkt oder an schwertschlag aber gerhard fuhr eifrig fort nicht wir anderen haben den unfrieden begonnen sondern diese vorhin als sie hier eintraten und es ist wohl bekannt im lande daß ihr sogar untereinander nicht frieden halten könnt schon zur zeit eurer väter raunte man im volke mancherlei von der brudertreue welche die männer eures geschlechts einander beweisen und jetzt hören wir wieder daß ihr eurem ältesten bruder unheil gesonnen habt so daß dieser als ein fahrender recke in der welt umherschweift da winkte odo finster dem jungen gottfried daß dieser von den versammelten edlen seine erste kampfprobe ablege denn er war schneller worte mächtig und in der stille welche dem kränkenden vorwurf des grafen folgte sprang gottfried vor und rief laut eure rede ist unwahr graf gerhard nie haben wir gegen unseren bruder immo untreue erwiesen und jetzt leben wir in großer sorge um den abwesenden deshalb ersuche ich euch daß ihr die kränkung zur stelle widerruft ein hähnchen höre ich krähen versetzte der graf lachend so vernehmt ihr edlen herrn fuhr gottfried fort daß ich vor euch allen den grafen gerhard einen verleumder nenne und überall außerhalb des marktfriedens will ich mit meinen brüdern das an seinem leib und leben erweisen wo ich ihn treffe er löste seinen handschuh und warf ihn vor den grafen dieser aber stieß verächtlich mit dem fuß daran da flog ein anderer eisenhandschuh zu dem kleinen des jünglings gottfried und von dem eingang her rief eine tiefe stimme nehmt auch den meinen ein hoher krieger schritt auf den grafen zu dieser fuhr zurück wie vor einem geiste als er die zornige entschlossenheit in einem wohlbekannten antlitz sah und er vermochte nur zu antworten dich habe ich hier nicht erwartet und dich habe ich nicht gemeint hält immo als er den namen nannte der heut in aller munde war regten sich die anwesenden viele sprangen auf und drängten heran um den helden zu sehen immo aber wies auf die fehdezeichen widerruft die kränkung und gebt vor allen edlen meinen brüdern ihre ehre oder nehmt den streit auf auch mit mir gerhard blickte scheu auf den neuen gegner du selbst magst wissen immo dass ich ungern gegen dich kämpfe wenn ich an vergangenes denke und du weißt auch dass meine ehre mir nicht gestattet kampfes worte die vor den edlen gesprochen sind zu widerrufen ob wir gutes oder arges in vergangener zeit miteinander gehandelt haben versetzte immo das alles sei vergessen in dieser stunde als sohn meines geschlechtes stehe ich dir gegenüber und abbitte fordere ich von dir oder ich suche an deinem leben die rache da rief gerhard mit querem blick meine nicht mir durch dein stolzes drohenden willen zu beugen ich widerstehe dir wenn du auch jetzt auf deinen goldschatz vertraust und die handschuhe vom boden hebend und auf den tisch werfend rief er du aber denke daran wenn du den schaden trägst dass nicht ich die fehde gefordert habe sondern du und darum sei unfriede zwischen uns statt friede sobald wir den schranken den rücken kehren und kampf sei um leib und leben gut und habe zwischen mir mit meinen helfern und dir mit deinen helfern er wandte sich trotzig ab setzte sich zu seinen genossen marquard und verhandelte leise mit diesem immo aber trat zu dem tisch der brüder und den jüngling gottfried küssend sprach er ich grüße euch meine brüder gewährt mir einen sitz in eurer mitte und einen trunk aus eurem becher damit die fremden erkennen daß sich die söhne irnfrieds in der not nicht voneinander scheiden die brüder rückten zusammen ortwin trug ihm den stuhl und odo goss ihm den trank ein aber der stolz wehrte ihnen zu reden und sie saßen schweigend beieinander doch von den anderen tischen eilten bekannte des geschlechts mit den trinkkannen heran den helden zu begrüßen und er stand von vielen umgeben und antwortete auf die neugierigen fragen aber sein blick flog prüfend durch den raum und nach dem tische des grafen gerhard bis er an der tür seinen vertrauten brunico erkannte da winkte er diesem und trat mit ihm zur seite in heimlichem gespräch brunico drängte sich hinaus ins freie nicht lange so klang in dem gewirr von vielerlei tönen ein neuer gesang ähnlich dem quarren eines frosches bald hier bald dort schrie einer aus dem volk der langschenkel so daß die leute einander lachend frugen ist auch der brüllende held regin heri in seinem sumpf erwacht doch als sich der froschgesang auf einer stelle außerhalb der schranken vereinte und mit einem lauten heilruf endete da dachten die anderen daß dies ein zeichen übermütiger genossen war welche miteinander zu den bergfeuern ausschwärmten die helden in der halle aber welche nicht selbst der fehde teilhaftig waren freuten sich daß der festabend so rühmlich verlief und daß man davon im lande singen und sagen würde sie saßen jetzt friedlich bei ihren kannen denn ihr gemüt war erfrischt wie die flur nach einem gewitter plötzlich klang in das wilde geschwürr des marktes ein klageschrei und der ruf nach rache der gesang verstummte die pfeifer und fiedler setzten ab die krämer liefen zur abwehr vor ihre bänke und warfen mit ihren knechten die waren schnell in die geöffneten kasten in die halle sprang ein verstörter und blutender mann und schrie die hunde des bonifatius sind über das wasser gedrungen einer von uns liegt erschlagen rächeten schaden ihr wickbert mannen und unter die verstörten haufen springend rief der mann dieselbe klage da schwand die freude in wildem zorn die frauen wichen in das dunkel zurück die männer fuhren zusammen rissen flammende brände aus den feuern und stürmten dem flusse zu vergebens sprengte der vogt mit seinen mannen dazwischen und schrie den frieden aus die wütenden lösten die haltseile der leeren kähne und drängten sich hinein mancher wilde sprang ins wasser und rang sich hinüber auf die seite der fuldaer dort stürmten bewaffnete entgegen um die einbrecher in die flut zu werfen und dicht am ufra entbrannte der kampf aber neue haufen folgten über den fluss auf tonnen und bänken suchten sie durch das wasser zu schwimmen die fuldaischen wurden rückwärts gedrängt die rote lohe flammte an dem holzhaus über welchem das banner des heiligen bonifatius wehte und das banner selbst verschwand in den aufsteigenden flammen auch die herren in der halle waren an das ufer geeilt die einen in bitterer sorge die anderen schadenfroh da sprach immo zu seinen brüdern und es waren die ersten worte die er seit dem eintritt mit ihnen wechselte gefällt es euch söhne meines vaters so reiten wir lasst euch nicht beschweren wenn ich euch begleite denn ich merke andere sinnen darauf uns außerhalb des friedens zu treffen und odo antwortete mit derselben zurückhaltung da der unfriede uns alle angeht so sei auch die abwehr und der angriff gemeinsam sie verließen zusammen die halle und eilten zu ihren rossen erstaunt fanden die brüder immos daß bei ihren knechten und rossen eine reisige schar von landleuten aus den freien dörfern hielt nicht lange nachher knarrten die räder beladener wagen auf dem wege welcher zwischen dem leinbach und einem waldhügel nach der mühlburg führte nur zwei reiter bildeten die bedeckung die knechte hatten mühe die pferde in dem aufgeweichten wege bergan zu treiben sie schrien laut und knallten mit den peitschen endlich kam an einer kleinen steile der zug ganz in das stocken da rasselte und klang es im holz eine anzahl reiter sperrte die straße und warf sich gegen die wagen die berittenen wächter flohen ohne kampftal ab auch die knechte sprangen flüchtig dem bach zu als graf gerhard heransprengte war das werk getan die wagen in besitz seiner reisigen er lachte und rief leichten kauf es wurde großes gut in ehrlicher fehde gewonnen lenkt die wagen seitwärts in das holz treibt meine mannen in einer stunde haben wir es hinter wasser und mauer geborgen die pferde wurden einen waldweg bergan geführt sie schritten jetzt rüstiger als vorher und der graf brummte vergnügt vor sich hin ich hörte zuweilen rühmen junger immo dass dein schwert scharf schneidet aber in listen bist du schwach und der alte hat dir behende abgeführt worauf du mit trotzigem mute vertrautest der zug betrat eine kleine lichtung des waldes welche in hellem mondschein lag umgeben von dichtem niederholz dessen laublose äste die lichte stelle mit dunklem grau einfassten da flimmerte es in dem holze hier und da wie von blankem eisen die reiter welche die vorhut bildeten jagten zurück und meldeten atemlos daß der weg durch gewappnete versperrt sei auch hinter der kleinen schar des grafen klang ein kriegsruf hörner und laute stimmen antworteten und mit erstaunen sah der graf sich rings eingehegt durch fußvolk und reiter er riß die pferde des vordersten wagens herum auf die mitte der waldwiese und gebot den reisigen einen ring um die wagen zu ziehen er umritt seinen haufen hob den speer und erwartete mutig den anlauf aber der angriff erfolgte nicht den ganzen rand der lichtung hielten schnell füßige knaben umstellt auf dem wege stampften die rosse der gegner und man vernahm ein rollen und dröhnen als ob baumstämme gewälzt würden jenseit des weges zog sich ein offener wiesengrund dem gebirge zu dort hatten die dorfleute der umgegend einen mächtigen holzstoß getürmt welcher in dieser nacht als freudenfeuer aufflammen sollte um den stoß schwebten die schatten er wurde zusehends kleiner herr warnte den grafen sein vertrauter dienstmann sie sperren die wege denn durch das niederholzvermögen unserer rosse schwerlich zu dringen brecht durch bevor sie uns einhegen soll ich den schatz im stich lassen rief der graf unwillig was in den wagen liegt gibt gold und ehre für euch alle und er schrie hinüber zu den feindlichen reitern was säumen die helden heranzusprengen offen ist das kampffeld trotzige worte hören wir in der halle hier aber merke ich schlottern euch die beine im bügel da rief bruniko zurück schlecht kämpft sich's im waldesdunkel harret noch ein wenig bis wir euch die osterfeuer anzünden brecht durch herr rief der vertraute aufs neue denn sie schichten das holz auf der wegseite zu einem walle pfui über dich immo rief der graf indem jetzt die sorge mächtig wurde unritterlichen brauch übst du ich harre deiner komm heran und schlage dich um den schatz immo rief zurück auch euch war der pfad zum kampfe geöffnet allzulange habt ihr euch um die tonnen gedrängt jetzt rate ich mit uns in bauernweise den festbrauch zu üben die flammen lodern schwingt euch zum tanze über die scheite eine kleine flamme leckte auf die zweite die dritte wald sperrte das feuer wie ein wall die belagerten von dem wege ab aber auch längst im ganzen rande des niederholzes leuchteten die funken jeder der knaben welche dort die wache hielten schwenkte kienfackeln denen gleich womit sich die dorftänzer auf den bergen um die flammen drehten und jeder schleuderte mit wildem geschrei und jauchzen die lodernden brände gegen die rosse der belagerten die rosse scheuten und stiegen die reiter selbst entsetzt über das feurige gefängnis vermochten der wütenden tiere nicht herr zu werden mehr als einer wurde abgeworfen und lag ächzend am boden in diesem augenblicke brachen die söhne irmfrieds mit ihrer schar wie ein wettersturm durch die flammen im nu waren die helfer des grafen überrannt gefangen und gebunden der graf selbst schlug tapfer mit dem schwert um sich aber durch eine mächtige faust wurde er am nacken gepackt und von seinem rosse geschwenkt daß er schwertlos auf den boden fiel ergebt euch gerhard rief imo gelobt als mein gefangener zu folgen damit ich euch die schmach der weiden erspare betäubt gelobte der graf in wenig augenblicken war das werk getan behend rannten die thüringe die flüchtigen rosse der gebundenen einzufangen sie bändigten die pferde an den lastwagen und zerwarfen das holz des brennenden walles und nachdem sie sich auf ein zeichen brunikos mit hellem jubelruf um die brüder gesammelt hatten brach der ganze zug mit den wagen und den gefangenen nach der mühlburg auf längs der freudenfeuer welche überall auf den hügeln und um die dörfer flammten zogen die sieger jauchzend und singend dahin es war tief in der nacht als sie in die burg kamen imo der während der fahrt sich von den brüdern fern gehalten hatte ritt jetzt zu ihnen als sie im hofe auf den rossen hielten und sprach grüßend seid willkommen im hause unserer väter nehmt vorlieb mit karger bewirtung denn erst beim licht der letzten sonne ist der wirt aus der fremde heim gekehrt gefällt es euch so enden wir unseren handeln mit den gefangenen noch während der luftigen nacht wie er begonnen wurde du warst beim sprung um die scheite der vortänzer versetzte odo lächelnd wir vertrauen daß du auch gegen die gefangenen unser recht wahren wirst im hofe der mühlburg wurde ein großes feuer entzündet und herbeigeholt was der vogt aus den kellern zu liefern vermochte kräftig tranken die thüringe und auch den gefangenen welche kummervoll auf den stufen der halle saßen wurden die kannen geschwenkt in der halle aber saßen die söhne irmfrieds mit ihren dienstmannen und die landleute von der nässe unter ihnen gramvoll mit gebeugtem haupt der waffenlose graf da rief im ho ihm zu hebt den becher graf gerhard und trinkt trotz eurer not einst lag ich als gefangener in eurem turm da ludet ihr mich in eure halle und botet mir den trunk an eurem tisch heut tue ich euch mit freuden dasselbe zur vergeltung ich lobe dich immo antwortete der graf trübe daß du in dieser stunde an den wechsel des glückes denkst beide haben wir ihn seit jenem abend in der halle erfahren vergiß auch nicht daß dem sieger eine ehre ist maß zu halten in allem was er dem gefangenen auflegt behandelt mich mit billigkeit ihr edlen herrn denn glaubt meiner erfahrung die ich mir zu meinem großen kummer erworben wer allzu viel für sich begehrt fühlt zuletzt selbst den schaden immo versetzte ernsthaft meine brüder und ich wir sind herren geworden über euren leib und euer leben und wir vermögen euch jetzt zu zwingen durch haft und bande und zu schatzen an habe und gut weil ihr wieder die wahrheit und wieder eigenes wissen das ansehen und die ehre unseres geschlechtes mit gehässigen worten angefeindet habt dennoch sollt ihr erkennen daß die söhne irmfrieds gegen einen bezwungenen feind billigkeit üben eure zunge hat euch in unfrieden gebracht eure zunge soll euch auch den frieden wieder gewinnen wenn ihr sie weise gebraucht solange die thüringe sich in dieser nacht um die festfeuer schwingen in dem grafen erwachte eine frohe hoffnung und er rief sage mir was ich reden soll damit ich mich aus der not löse und immo fuhr fort wollt ihr ab bitte tun wegen aller kränkenden worte und wollt ihr mit allen euren helfern schwören nichts von dem was in dieser nacht gegen euch gesagt und getan worden ist an uns oder an einem unserer helfer zu rächen sondern in zukunft frieden und guten verkehr zu bewahren so mögt ihr mit allen gefangenen mit waffen und rossen frei und ledig von hinnen reiten sobald der erste sonnenstrahl unsere dächer bescheint graf gerhard sprang erfreut in die höhe und rief wahrlich immo manchen beweis deines guten verstandes habe ich erhalten aber diesen will ich dir niemals vergessen ich bin bereit zu allem was du von mir verlangst zu abbitte und gelöbnis wohl an rief immo ladet jeden in die halle der jetzt im hofe weilt zuletzt die gefangenen und mit diesen werdet ihr euch barhaupt und stehend demütigen ein hornzeichen rief die gäste und das ganze gesinde zusammen und als alle versammelt waren führte immo den jungen gottfried auf den ehrensitz und zu diesem sprach der graf barhaupt die abbitte alles was ich gegen ehre und ansehen deines geschlechtes jemals gesagt und getan habe das sei ungesagt und ungetan alle edlen rechte erkenne ich ihm zu und auch den vorsitz und vortrunk denn wisset ihr herren wenn ich auch manchmal im ärger anders sprach immer habe ich das geschlecht irmfrieds vor andern hoch geschätzt und ich bin bereit nachdem ich vergangenes abgebeten habe alles gute für die zukunft zu geloben nicht nur weil ich in not bin sondern auch weil ich merke dass dies in wahrheit meines herzens wunsch ist als der graf dies nach gebühr vollendet hatte und seine worte durch die anderen gefangenen bestätigt waren wurde er mit ihnen in die kleine kapelle vor den altar geführt dort gelobten die helden für alle zukunft jedem rache gedanken zu entsagen darauf ward der graf auf den ehrensitz in der halle geleitet und jetzt trat gottfried vor und bot ihm den friedensbecher gerhard tat einen tiefen trunk und seufzte aber er wurde mild und froh ja er lachte ein wenig über sein unglück und sprach allerlei vertrauliches zu immo beim aufgang der sonne wurden die rosse der gäste vorgeführt und immo geleitete den grafen selbst in den hof als dieser aufsteigen wollte sah er die beladenen wagen und mit einem sehnsüchtigen blick sprach er zu immo hätte ich diese in ehrlicher fehde gewonnen so würde ich fortan meinen met aus goldenem becher trinken da antwortete immo eifrig habt ihr darum geworben und als ein held euer leben dafür gewagt wisset ihr habt gefochten wie der alte hildebrand um wollene decken welche die sachsen mit guter kunst verfertigen und zumeist um den gesalzenen meerfisch welchen die leute den hering nennen als die entledigten abgezogen waren dankte immo mit freundlichen worten die landleute ab welche als freiwillige helfer herangeritten waren da die gefangenen gegen den gebrauch kein lösegeld gezahlt haben und auf ihren rossen davon reiten so nehmt dafür mit meinem dank einen teil der waren aus dem sachsenland welche ihr wieder gewonnen habt nicht als entgelt sondern zur verehrung das waren die nachbarn wohl zufrieden und immo gebot dem bruniko einen billigen anteil auszuscheiden diesen luden sie vergnügt auf einen karren und schieden mit heilruf zu ihren dörfern ende von abschnitt 15 abschnitt 16 von die ahnen das nest der zaunkönige von gustav freitag diese librivox aufnahme ist in der public domain die entführung in der halle standen die brüder zum aufbruch gerüstet als immo ihnen entgegentrat den großen goldschatz der räuber hat der fahrende mann mir angelogen doch brachte ich reiche beute und die gastgeschenke der sachsen heim nicht die wasserrosse führten sie der mühlburg zu sondern die packpferde welche bruniko leitete für euch söhne irmfrieds sind die ballen geöffnet damit ihr daraus wählet was jedem von euch gefällt und ich bitte euch diese gabe anzunehmen anstatt der schatzung die ich den gefangenen erließ ohne euch zu fragen solches angebot ist gewöhnlich gegen fremde nicht gegen die genossen des eigenen geschlechts antwortete odo finster und ortwin rief du tust uns weh wenn du uns gold bietest wo wir brüderlich gruß erwarten da flog helle freude über immos kramvolles angesicht wollt ihr freundlich zu mir reden und brüderlich gegen mich handeln so wißt meine brüder dass mein herz sich viele jahre nach eurer liebe gesehnt hat schon im kloster fühlte ich traurig unter fremden die einsamkeit und dachte mich täglich heim in eure mitte und auch jetzt unter den gastfreunden vermochte ich nicht die frohen spiele ihrer knaben zu sehen ohne daß ich mir das herz in gram zusammenzog denn wie ein ausgestoßen erlebte ich weil mir eure freundschaft fehlte begehrt ihr liebe knaben daß ich euch brüderlich begrüße so springt heran wie einst denn die arme des bruders sind geöffnet euch zu empfangen ortwin warf sich um seinen hals und küßte ihn und wie er taten die jüngeren nur odo stand zur seite gottfried aber ergriff immos hand und legte sie in die hand des andern odo drückte sie und begann der zorn ist geschwunden mit dem grünen laub dieses sommers beide wollen wir vertrauen daß in dem neuen lenz unter uns sieben sich die treue bewähre und auf gottfried weisend fuhr er fort du siehst wir haben ihn gewappnet und da du zu uns zurückgekehrt bist vermögen wir jetzt in frieden das erbe zu teilen vor einem jahre widerstand ich dir als du das recht des ältesten fordertest fortan bin ich gleich meinen brüdern bereit dir zu folgen wenn du uns führst aber immo rief mit ausbrechender leidenschaft leite du die brüder und bewahre du die ehre des geschlechtes denn ich kehre nicht zurück um in frieden unter euch zu leben ein großes leid berge ich in meinem herzen und mein leben muss ich wagen in wilder tat noch bevor die nächste sonne aufgeht wisset der tochter des feindlichen mannes den wir heute demütigten habe ich heimlich mein leben gelobt der könig aber will sie schleiern ob es ihr und dem vater lieb oder leid sei bevor sie morgen früh zu erfurt die klosterschwelle betritt hole ich sie auf die mühlburg was mir auch darum geschehe dem zorn des königs trotze ich und dem rechte des landes widerstehe ich um sie zu erwerben denn ohne sie ist mir mein leben verhasst die brüder sahen betroffen einander an zu früh habt ihr mich brüderlich begrüßt ihr söhne irmfrieds fuhr immo heftig fort mich wundert nicht wenn ihr euch von mir abwendet wie von einem kranken dessen berührung unheil bringt meint auch nicht dass ich euch mahnen will an die hand die ihr mir jetzt gereicht habt und an den brüderlichen kuss denn eure hilfe bei der tat fordere ich nicht den raub wage ich wohl allein mit denen die sich mir gelobt haben euch aber sage ich vorher was ich tun werde damit ihr mir tröstlich seid soweit ihr es vermögt ohne euch zu verderben doch nein liebe brüder unterbar er sich selbst aus klugheit und vorsicht hätte ich es euch nimmer bekannt aber eure freundlichkeit hat mir die seele weich gemacht denn sommer und winter habe ich die last allein getragen selig macht der gedanke an das geliebte weib aber furchtbar quält die angst sie zu verlieren und manche nacht habe ich in der fremde auf meinem lager die faust geballt oder kindisch geweint wie mir jetzt geschieht er wandte sich ab hielt die hände vor das antlitz und sein starker leib bebte im krampf es war totenstill in der halle endlich begann odo wenn unsere eltern einen rat hielten der ihr wohl und wehe anging so saßen sie vertraulich nebeneinander am herdfeuer nieder führe auch du uns zum herde der burg an dem unsere vorfahren beraten haben damit wir die flamme aufzünden dort erzähle du uns von dem weibe welches dir lieb wurde und wie alles gekommen ist bis heute damit wir es wissen denn auch das ist ein recht der deinen da führte immo die brüder über den hof zu dem flur des saales worin der herd stand er entzündete das feuer und schloss die tür die sieben brüder lagerten am herde und immo begann leise seinen bericht zuerst wie hildegard unter den buchen sein geselle wurde und wie er ganz plötzlich sich glückselig fühlte und danach alles andere und er zeigte ihnen auch das pergament mit den goldfäden welches alle betrachteten während er es in seiner hand hielt bis er es wieder im gewande barg die stolzen knaben irmfrieds vernahmen vorgebeugt mit leuchtenden augen die kunde welche auch ihr leben nahe anging und gottfried saß zu den füßen des bruders hielt die hände über dem knie desselben gefaltet und blickte ihm unverwandt in das bewegte antlitz während odo zuweilen einen neuen span in das feuer legte immo aber wurde froh daß er von hildegard erzählen durfte und lachte dabei treuherzig wie ein kind er schilderte ihr aussehen und ihre art so daß sie auch seinen brüdern gefiel obwohl sie die tochter eines wunderlichen mannes war als immo geendet hatte und alle in warmer teilnahme schwiegen begann odo nachdenkend sage uns welche meinung hat graf gerhard zu dir du kennst ihn ja auch versetzte immo daß er hastig nach jedem vorteil züngelt und schmeichelnde worte nicht spart aber ich fürchte im grund seines herzens ist er mir abgeneigt da er schon mit unserem vater in unfrieden lebte odo nickte kleines der funke welcher ein großes feuer entzündet auch uns bedroht die flamme gegen dich stehen der könig und der erzbischof das recht des vaters und der friede der stadt und es wird ein kampf gegen große übermacht um gut und leben für dich und deine helfer aber der könig ist wie wir hören auf dem wege nach italien das recht des erzbischofs beginnt erst mit dem nächsten morgen das recht des vaters werden wir alle ungern ehren und wegen des gebrochenen stadtfriedens werden die erfurter vielleicht mit sich handeln lassen zumal wir selbst einen hof in ihren mauern haben doch wenn auch all diese hoffnung trügt hartnäckiger wille eines mannes vermag viel und zuletzt hast du noch deine brüder denn ich denke nicht daß diese hier den bruder in der not verlassen werden da sprangen die jüngeren alle in die höhe zuckten an den schwertern und riefen nimm den schwur und odo fuhr fort lüfte dein schwert mein bruder damit wir alle unsere hände zugleich darum werfen während das herdfeuer lodert und das dach unseres hauses uns bedeckt geloben wir dir mit leib und leben gut und ehre zu helfen damit du die braut heimführst denn wir alle wissen daß wir im tode zu dir gehören wie du zu uns so schworen die sieben sich zusammen und küßten einander am herdfeuer danach setzten sie sich wieder zu geheimer beratung eine stunde darauf ritten die brüder den mühlberg hinab immo mit gottfried nach der stadt erfurt die andern nach dem herrenhofe immo's seele hob sich in neuer hoffnung als der warme frühlingswind um seine wangen wehte und als der bruder welcher ihm am vertrautesten war ihn immer wieder an der hand faßte und durch seine vertraulichen fragen lockte von hildegard zu reden sie ritten durch das offene tor in die große marktstadt die der ganzen landschaft für ein wunder galt obgleich sie in vielem einem ungeheuren dorfe ähnlich war denn hölzern waren die häuser neben den meisten öffentlich ein hoftor durch welches man auf die dungstätte und die ställe sah die gänse warteten durch den kot der gassen und das borstenvieh lief schonungslos umher aber die mauern und tortürme ragten gewaltig von den großen kirchen und kapellen läuteten fast den ganzen tag die glocken auf den marktbänken der freien plätze war eine unendliche fülle begehrenswerter sachen zum verkauf gestellt und wer selten nach der stadt kam der wurde nicht müde nach der heimkehr von dem unerhörten zu erzählen diesmal achteten die helden wenig auf die waren und wenig auf die stattlichen männer und frauen welche in den gassen ihren geschäften nachgingen sie stiegen in dem hofe ab der dem geschlecht seit alter zeit gehörte und eilten zu fuß nach dem hause des goldschmieds der hof herrimanns war leicht kenntlich durch das große wohnhaus welches sich neben dem verschlossenen hoftor erhob denn zwei stockwerke ragten über dem flur vorspringend in die straße und trugen noch einen giebel mit mehreren bodenräumen schon auf der straße vernahm man hammerschläge als immer das gatter öffnete welches bei tage den unteren teil der türöffnung verschloss fand er im hausflur einen schlanken knaben im schurzfell der mit raspel und pfeile an einem metallgerät arbeitete auf die frage nach dem herrn führte der knabe eine kleine treppe hinauf in den hinternteil des hauses wo die werkstatt des goldschmieds sich nach dem hofe öffnete herrimann saß mit seinem knappen über der arbeit im takte schlugen die kleinen hämmer um glänzendes silberblech zu runden als er die beiden krieger im kettenhemd erkannte sprang er auf warf den hammer in eine ecke fuhr sich heftig durch die wallenden haare und über sein mannhaftes gesicht flog ein schatten von besorgnis aber er bot mit ehrlichem gruß seinen gästen die hand und geleitete sie aus der werkstatt nach dem oberen stockwerk durch die licht öffnungen der verschlossenen läden fielen die sonnenstrahlen in ein großes zimmer auf viele truhen und schränke und auf die schmale bettstelle in welcher herrimann selbst als wächter seiner waren zu ruhen pflegte während gottfried sich neugierig nach dem silber- und goldgerät umsah welches der reiche goldschmied in seinem hause verwahrte stieß herrimann einen laden auf doch so daß das innere des zimmers den nachbarn gegenüber verborgen blieb und rief bei tageslicht will ich mit euch verhandeln obwohl es ein nächtliches werk ist um welches ihr kommt er holte tief atem und fuhr sich wieder durch das haar bevor ihr mir's sagt weiß ich weshalb ihr im kriegskleide kommt denn durch meine base kunidrud erfuhr ich daß heut abend ein gast in der stadt einzieht um den ihr sommer und winter gesorgt habt sie darf die schwelle des klosters nicht überschreiten und ich will es hindern oder meinen leib in euren gassen zurücklassen herrimann setzte sich auf einen schemel und neigte betäubt das haupt aber gleich darauf erhob er sich ihr fordert dass ich heut meine schuld bezahle ihr sollt euch in mir nicht geirrt haben was mir auch darum geschehe doch bevor ich euch meinen guten willen erweise frage ich ist es nötig dass ihr im frieden der stadt wagt was ihr tun wollt sie kommt mit reisigem gefolge ihres vaters und des erzbischofs ganz unsicher wäre das gelingen bei einem sperrkampf auf offener heide dann also muss es hier sein sie rastet heut nacht im hessenhofe wo ihr vater immer einliegt ein reisiger hat die ankunft gemeldet morgen reitet der große erzbischof in unsere stadt er selbst soll sie nach dem willen des königs den frommen müttern zuführen noch andere neuigkeit weiß ich morgen früh wird die heerfahne des königs auf seiner burg ausgesteckt und die boten werden durch das land rennen den großen kriegszug nach dem land italien anzusagen denn der könig will sich dort die kaiserkrone holen das geht euch an wie uns alle dieser abend aber gehört noch mir versetzte immo finster die burgmannen sind in bewegung wegen der kriegsreise heut abend werden die straßen und schenken gefüllt sein das mag euch frommen oder auch hindern wollt ihr eure hand um die goldene spindel legen die euch im fremden hause gehört so müsst ihr sie nicht nur aus dem hause holen auch sicher aus tor und mauer schaffen die erfurter aber halten an ihren toren gute wache und fordern zoll von jeder ware die aus und ein geht kannst du mir helfen was mein ist aus dem hause zu schaffen so trage ich's mit meinem schwurgenossen unter den schilden durch das tor herrimann schüttelte den kopf kommt ihr mit einem haufen so findet ihr hier einen größeren und bringt ihr ein ganzes heer so werfen euch meine mitbürger speer und axt den sturmgesang vom turme und ihre lärmhörner entgegen nicht mit einem heerhaufen gedenke ich auszubrechen nur sieben haben ihr leben für die tat gelobt und zwei davon stehen vor dir und ihr wollt dass ich der achte sei frug herrimann reicht das kreuz eures schwertes ich bin bereit immo zog das schwert und hielt den griff in die höhe herrimann murmelte sein notgebet dann legte er die schwurfinger auf das kreuz und sprach die worte durch die er sich immo gelobte seine unsicherheit war geschwunden er warf das schurzfell von sich holte mantel und mütze vom haken gürtelte sein schwert um und begann vertauscht auch ihr den eisenhut mit dieser mütze ich hoffe sie soll euch passen und schlagt den mantel zusammen damit ihr den nachbarn weniger auffallt euch aber junger held ersuche ich die helmkappe des bruders in der herberge zu bewahren während wir beide durch die straßen gehen denn zwei wölfe sind nur ein paar aber drei eine rotte ich geleite euch zu dem hofe in welchem die jungfrau heut nacht rastet damit ihr die gelegenheit selbst erkennt denn lichtlos wird am abend hausflur und treppe sein seht scharf um euch und achtet auch auf kleines sie verließen das haus mit mühe hemmte immo in den gassen seinen schritt zu dem langsamen gange in welchem sich herriemann seiner würde gedenkend bewegte dies ist der hessenhof murmelte herriemann der wirt ist ein mann des erzbischofs aber ein redlicher nachbar immos blick achtete forschend auf die umgebung und auf das haus welches dem des goldschmieds ähnlich nur kleiner war und auf das hoftor durch welches man die hintergebäude und stelle sah sie traten in den flur stiegen unaufgehalten die treppe hinan fanden die tür eines zimmers offen und darin eine kräftige frau welche mit dem besen umherfegte und den herriemann vertraulich grüßte dies ist base kunitrud die witwe eines wackern burgmanns sie ist dem wirt dieses hofes befreundet und steht seinem haushalt vor dir aber base führe ich den edlen helden immo zu weil er deinem guten gemüt vertraut das ich ihm gerühmt habe und einen dienst von dir begehrt auch wir in burg erfurt haben von held immo mancherlei vernommen antwortete kunitrud geschmeichelt und ich gedenke vor allem der guttat die ihr diesem hier erwiesen habt um dir alles zu sagen base fuhr herriemann auf einen bittenden blick immo fort der held trauert wie du ihm leicht ansiehst darüber dass das grafenkind geschleiert werden soll denn er hat sie im hause ihres vaters und auch sonst lieb gehabt wie die art junger leute ist und darum möchte er ihr durch deinen mund noch einen gruß sagen bevor sie bei den frommen schwestern eingeschlossen wird kunitruts augen glänzten von neugierde und teilnahme verliert nur nicht den mut edler herr ich habe mehr als eine nonne gekannt welche vom erzbischof urlaub erhielt und als ehrliche hausfrau lebte mit kindern so drall wie die äpfel denn in dem erdgarten ist alles möglich wenn man's nur erlebt während ihr immo für die teilnahme zu danken suchte fuhren seine augen rastlos um die offene tür das türschloß und die treppe beim herabsteigen mahnte herrimann leise achtet auf die ausgetretene stufe ein falscher schritt mag den erfolg verderben und jetzt schnell vom hause weg und in gerader richtung dem tor zu durch das ihr entrinnen sollt einreiten müsst ihr bei tage solange das tor geöffnet ist eure brüder sind hier wohl bekannt und ihre ankunft wird in der aufregung des tages niemandem auffallen mit sonnenuntergang wird das tor gesperrt und den ausreitenden geöffnet wenn die nacht so weit heraufgestiegen ist daß die bürgerglocke zum zweiten mal läutet und die schenken geschlossen werden dann wird auch die brücke gehoben und von da vermögt ihr nur mit heeresmacht hinauszureiten ihr müßt die tat also zwischen sonnenuntergang und dem zweiten glockenklang vollbringen ich sende wenn die rechte zeit gekommen ist meinen knappen nach eurem hofe ich selbst warte eurer in der nähe des hessen und noch eins habe ich auf dem wege bedacht fuhr herrimann fort gelingt es euch nicht zum tor hinaus zu schlüpfen so müsst ihr die hälse wagen auf einem anderen wege den schwerlich jemand ohne not wählt ein stück der stadtmauer ist verfallen gerade jetzt bessern sie an dem schaden die stelle ist nicht auf eurem wege sondern nordwärts und nahe der königsburg dennoch sollt ihr sie beschauen ob sie in der not euch rettung gewährt er führte vom tor längs der mauer zu einem wüstenplatz unter schutthaufen die trümmer der eingestürzten mauerwand ragten aus dem grabenwasser und die arbeiter hatten bretter darüber gelegt auch an der böschung der außenseite sah man den fußsteig durch welchen sie aus und einliefen lacht der mond freundlich so ist der angstpfad wohl zu durchreiten entschied immo jetzt weiche von mir herrimann damit du dich nicht ohne not gefährdest denn deine burgmann werden bald mit argwohn meiner gedenken nach kurzem gruß entfernte sich der goldschmied immo eilte in die herberge und sprengte gleich darauf mit dem bruder aus dem tor eine gute wegstunde von erfurt lag unweit dem grenzfall welcher die güter des geschlechtes von der stadt flur schied ein kleiner hügel der mit alten eichen bewachsen auf seinem gipfel ein altes blockhaus trug in welchem die jäger und hirten zu rasten pflegten im sommer war die kleine lichtung von dichtem schatten umhüllt auch jetzt bot das dichte geflecht der äste und zweige einen sicheren versteck zu dieser verborgenen stelle hatte immo die brüder und die getreuen von der mühlburg geladen wenn die sonne die mittag höhe erreichen würde er fand bei seiner ankunft brunikum mit den waffen und frischen rossen und den vogt der mühlburg welcher die letzten befehle des herrn empfangen sollte als immo absprang und seinem bruder gottfried zunickte erkannte er in dem erblichenen antlitz des jünglings die erschöpfung erhob ihn in seinen armen vom pferde und streichelte ihm die wangen zwei tage und eine schlaflose nacht im eisenhemd waren für meinen liebling zuviel noch hast du zeit ein wenig zu ruhen damit dir am abende nicht die kraft versagt und mit freundlichem zureden nötigte er den widerstrebenden auf ein lager von waltheu das er im blockhaus bereitete er rückte ihm das haupt zurecht und deckte ihn mit dem wollmantel dann trat er ins freie und blickte unverwandt nach dem wege der vom herrenhofe herzulief die brüder stoben in ihrer rüstung heran als sie den bruder auf der höhe erkannten wirbelten die jüngeren lustig die speere odo führte sein roß zu immo und bot diesem den zügel nimm heute den sachsen zurück sagte er denn die braut welche wir einholen soll von diesem tiere getragen werden welches der stolz des hofes war die weiße farbe ist gedeckt damit es im dunkeln nicht jedermann erkennbar schimmere da schlang immo den arm um den hals des bruders und antwortete die gabe nehme ich nicht edler odo denn größere gunst fordere ich von dir selbst nicht meine arme dürfen die braut um welche wir reiten aus der stadt tragen sondern du selbst sollst es tun mir gebührt die abwehr der kampf und die nachhut auf der flucht dir aber übergebe ich die geliebte daß du nur um sie sorgst und sie rettest was uns andern auch geschehe da nickte odo es sei wie du willst schweigend standen die männer und schauten zuweilen durch die baumäste nach dem stand der sonne endlich hob immo den arm nach dem himmel da neigten alle die häupter und flehten leise zu den hohen engeln um rettung aus der not in welches sie ritten dann traten sie an die rosse wo bleibt gottfried frug odo immo sprang in das blockhaus der bruder lag in festem schlummer er hielt die hände gefaltet und lächelte als immo das kind so im frieden liegen sah wurde ihm plötzlich das herz weich er trat leise zurück und zu den brüdern kehren sprach er er liegt in süßem schlaf ich traue mich nicht ihn zu wecken bleibt er zurück so wird er uns immer da zürnen versetzte odo und wollte hinein aber immo hemmte ihn und sprach denke daran schwur genossen daß unsere mutter einen sohn behalte und dem dienstmann berthold die hand zum abschied erreichend bat er wenn er erwacht so sage ihm daß wir einen von uns gewählt haben für unsere mutter zu sorgen und der eine sei er wieder hob er den arm zur sonne und die helden sprengten den berg hinab der großen stadt zu im walde vor erfurt teilte sich die schar denn nicht zu gleicher zeit und zu einem tor wollten sie einreiten die fünf brüder zogen auf dem nächsten wege durch dasselbe tor zu welchem sie die geraubte hinausführen wollten immo aber mit bruniko betrat die stadt durch das tor im osten in der herberge trafen alle zusammen und sie fanden viel volk in den straßen und in den schenken auch bewaffnete aus der umgegend klirrten einher die brüder aber gingen einzeln und zu zweien durch die menge und betrachteten die gassen durch welche sie reiten und die ecken an denen sie sich aufstellen sollten die sonne sank in den straßen wurde es dunkel die gassen leerten sich doch aus den häusern glänzten die herdfeuer und aus den schenken klang der lärm lustiger zecher die brüder standen im hofe ihrer herberge bei den gesattelten rossen sie wechselten gleichgiltige worte aber in der langen erwartung hämmerte ihnen das herz in der brust und wenn ein laden oder die flurtür geöffnet wurde so kam ihnen bei dem matten lichtschein vor als ob sie alle bleich wären wie leblose da fuhr eine dunkle gestalt von der gasse in den hof und der knappe des goldschmieds flüsterte immo zu wer im idisbach lag grüßt euch und läßt euch sagen es sei an der zeit der graf und sein gefolge sind beim vogt des erzbischofs zum nachtmale gleich darauf ritten die brüder langsam aus dem hofe voran immo neben dem boten nach ihm odo und bruniko die anderen brüder folgten ganz allmählich zu zweien vor dem hessenhofe war die straße leer aus dem hofraum aber vernahm man stimmen und das stampfen der eingestahlten pferde an dem kellerhals des nachbarhauses tauchte ein schatten auf und glitt neben immo bis nahezu der haustür den zügel des rosses ergreifend mahnte herrimann mit heiserer stimme steigt ab immo sprang in das haus langsam ritt odo bis dicht vor die haustür das zeichen der nachtglocke klang gellend vom turme in den höfen rührte sichs und vom markte her vernahm man den schweren tritt und das klirren bewaffneter er ist verloren stöhnte herrimann da sprang immo über die schwelle eine verhüllte gestalt im arme er schwang sie dem bruder auf das roß und der sachsenhengst fuhr in gestrecktem lauf die gasse entlang dem tore zu als odo um die ecke bog war er nicht mehr allein denn hinter ihm ritten adalmar und arnfried und als sie dem tor nahten fanden sie ortwin und erwin schon in verhandlung mit den torwächtern welchen ortwin zurief frisch ihr guten männer beeilt euch aufzusperren wir reiten zum ehrentanze für eine braut odo hielt im dunkeln er hörte das knarren der torflügel und mahnte zurück schließt dicht an dann sprengte er hinter die vorderen brüder und die schar fuhr eilig durch das tor auf die brücke haltet halt was tragt ihr hinaus schrie der wächter aber der ruf verklang hinter den flüchtigen sie stoben gerettet unter dem nachthimmel dahin und sahen rückwärts nach dem bruder aus als immu vor dem sachsenhofe nach seinem rosse sprang schrie aus dem oberstock eine helle frauenstimme raub zeter und waffen die scharwächter stürmten heran aus dem hoftor drangen die knechte und auch diese riefen feuer und rache im nu erhob sich wilder tumult und waffengeklirr gegen immu der mit mühe sein ross gewonnen hatte warfen sich die scharwächter er wehrte den führer mit dem speer ab und als der mann stürzte und die genossen sich um ihn sammelten riß brunico das pferd seines herrn am zügel und schrie fort die bahn ist offen aber indem immu sich wandte klang in seinem rücken aufs neue geschrei und schwertschlag und die stimme herrimanns rief lehend verlaßt nicht euren helfer der für euch das schwert hob da merkte immu daß die stunde gekommen war in welcher eine lehre des mönches gehorsam forderte und daß dieser gehorsam ihn von freiheit und glück schied aber seiner ehre gedenkend rief er entgegen des rosses letzter sprung sei für dich und er warf sich zurück in den wütenden haufen stach und schlug bis er den herrimann herausgehauen hatte und dieser hinter dem ross in der dunkelheit verschwand jetzt wandte sich immu aufs neue zur flucht und stob mit brunico dem tore zu aber die stadt war geweckt hinter ihnen stürmten mit lautem hallo die verfolger aus aufgerissenen fensterläden fiel hie und da ein lichtschein auf die flüchtigen die trinker sprangen mit gezückter waffe aus den schenken und warfen sich ihnen entgegen als sie das tor vor sich sahen erscholl auch von dort alarmruf und kampfgeschrei bewaffneter welche auf sie zurannten da fuhr brunico in der bedrängnis zur seite in eine enge gasse der gebrochenen mauer zu immu folgte der größte teil der verfolger lief nach dem nächsten tor um die flüchtigen dort abzuschneiden die gehetzten gelangten bis zu den mauertrümmern dort hielt brunico voran befahl immu keuchend klomm das rost des mannes hinab dieser gelangte glücklich über den bretterstieg in dem er unterwegs brummte nicht umsonst habe ich dich zum feierabend zurechtgelegt und fuhr auf der andern seite in die höhe ihm folgte immu er sah sich auf der wüsten stätte um noch waren die verfolger zurück aber sein verwundetes roß hinkte als er es hinabtrieb brach es an dem trümmerhaufen welcher aus dem wasser ragte zusammen warf den reiter hart gegen die steine und glitt in das wasser in dem es angstvoll stöhnte und um sich schlug immu erhob sich betäubt vom fall er merkte jetzt daß er selbst hart verwundet war mühsam wankte er auf den steg und wand sich an der andern seite des grabenrandes empor dort blieb er liegen fünf jahre habe ich dich gezogen klagte brunico zu seinem hengst und jetzt rennt dir es heiß von der hüfte und du ziehst auf dem wege eine spur gleich einem verendenden wild einem ruhmlosen tölpel gehörte der speer welcher auf das rost zielte statt auf den reiter hinter sich vernahm er einen leisen ruf er springte zurück unweit des grabens lag ein mann am boden brunico sprang ab der schildarm ist getroffen seufzte immu und er hängt nach dem sturz machtlos in der achsel ein wundermann und ein wundes pferd sind einander jämmerliche gesellen rief brunico dennoch helfe ich dir auf mein tier mich birgt die nacht und der nächste graben er hob den wunden mit starker anstrengung auf sein ross aber immu schwankte wie betäubt halt aus brauner bis zum nächsten wald ermunterte brunico dort lade ich ihn auf meinen rücken er schwang sich hinter dem verwundeten auf die hinterbeine des pferdes knickten unter der last brunico trieb es mit den sporen dem saum des gehölzes zu welches in der dunkelheit schwarz vor ihnen lag die hunde werden im nächsten augenblick hinter uns sein brummte der knappe nach rückwärts spähend und unsere kunst geht zu ende er sprang wieder ab bürg mich seitwärts vom wege und rette dich vielleicht vermagst du hilfe zu bringen mahnte immu der mond scheint über kahles land sie finden dich bevor ich ein pferd schaffe vor ihnen knarrte ein karren und knallte eine peitsche der wagen fährt auf unsere dörfer zu rief brunico erfreut ich meine es ist ein nachbar der sich in der stadt verspätet hat er rief den wagen an und führte das pferd zu ihm hin eh landgenoss kennst du den freien balderich im dorfe vor uns vielleicht kenne ich ihn versetzte der mann mit der peitsche knallend willst du helfen einen verwundeten heimlich nach seinem hofe zu schaffen so soll dir ein guter lohn werden es kommt darauf an wer der wunde ist versetzte der mann auf dem karren als aber brunico ihm näher kam wandte er sich heftig ab dies gesicht kenne ich ich sah dich unter den disteln verflucht sei die hand die sich dir zur hilfe rührt brunico zog sein schwert lasst den mann in frieden befahl immu aber er selbst glitt kraftlos vom ross in die arme des getreuen der fuhrmann beugte sich über ihn halt rief er auch diese stimme erkenne ich kann euch mein wagen helfen herr so hebe ich euch herauf es sind dieselben räder die ihr in meiner not aus dem wasser hobt immu nickte schwach mit dem haupt ladet mich auf die beiden männer hoben ihn auf den wagen der fuhrmann hunold breitete eine decke und rückte die strohbündel euch schaffe ich in das dorf der andere möge sich fernhalten von meinem messer immu streckte die hand über das wagengeflecht fort mit dir gespiele der knappe warf sich mit einem seufzer auf das pferd und trabte dem holze zu während der fuhrmann ihm zornig nach sah hinter dem wagen klang schneller hufschlag hunold sah sich um und zog die decke über den liegenden bewaffnete sprengten heran und frugen barsch nach namen und fahrt auf die antwort des führers daß er ein mann des großen bischofs sei klang die gegenfrage ob er reiter gesehen habe sicher sah ich sie kaum ein viertel weges zurück am kreuze zwei männer auf einem pferde und erwies rachsüchtig dorthin wo brunico in der dunkelheit verschwunden war ihr mögt die spur erkennen denn sie liegt rot auf dem wege sie sind es riefen die reiter und stoben zurück bis zum kreuzwege aber sie erreichten weder roß noch reiter denn brunico war als er sich in der dunkelheit allein sah vom hengst gesprungen und hatte das zitternde tier mit einem schlage vorwärts getrieben hilf dir allein wenn du kannst ich denke den weg nach deinem alten stalle kennst du ich laufe dem karren nach balderichs hofe vor damit der alte und mein mädchen über das brautgeschenk das ich ihnen sende nicht allzu sehr erschrecken ende von abschnitt 16 abschnitt 17 von die ahnen das nest der zaunkönige von gustav freitag diese librivox aufnahme ist in der public domain die mutter auf der burg teil 1 von den mauern der mühlburg spähten immos brüder die ganze nacht sorgenvoll nach der tiefe immer wieder erwogen sie ob er getötet sei ob er in erfurt gefangen liege oder ob er sich auf einem umweg in die berge schlagen und zu ihnen kehren werde jedes rauschen im holz jede tierstimme im walde dünkte ihnen ein zeichen des nahenden als der morgen graute sandten sie läufer in die dörfer welche ihnen gehörten und forderten heimlichen zuzug ihrer dienstmannen und zwei von ihnen warfen sich mit den knechten in das gehölz wo ein gedeckter anritt zu den bergen möglich war aber friedlich lag die landschaft auch von dem turm des vorderen berges der am weitesten die ebene nach erfurt überschaute vermochten sie nichts zu erkennen nur einzelne reiter sahen sie hie und da auf den feldwegen und ihre spähenden knaben verkündeten dass es reisige des erzbischofs waren welche vorsichtig bei den bauern nach der flüchtigen schar forschten aber den rand des gehölzes vermieden als die sonne im mittag stand rief ordwin nicht länger vermag ich die unsicherheit zu ertragen es bringt uns wenig ehre hinter den mauern zu harren während der bruder in not ist ich sattle und reite nach dem hofe der mutter und weite der stadt zu damit ich bericht einhole sei er böse oder gut ich widerrate versetzte odo daß du der mutter unter die augen trittst denn besser ist es daß sie völlig keinen teil habe an unserem handel und fortan ebenso wenig der jüngling gottfried so wollte es auch unser bruder immo der jungfrau aber hier auf dem berge dient die alte gertrud welche die mutter auf meine bitte gestern dem bruder gesandt hat auch deinen ausritt vermag ich nicht zu loben leicht könnten wir noch dich verlieren besser gefällt mir daß wir den müller ruhe tat schicken er versteht die leute auszufragen und hat überall eher frieden als ein anderer der rat gefiel den brüdern und ruhe tat stieg eilig von dem berge auf dem herrenhofe fand er alles in schrecken und verwirrung frau edith hielt das tor geschlossen nur über den grabenrand konnte er mit den knechten verhandeln niemand dort wußte etwas von immo und seinem knappen dann lief er bis erfurt alle schenken waren gefüllt und jeder mann sprach von dem raube aber die leute stritten wer der räuber sein möge und von immo vernahm er völlig nichts und er meinte daß dieser schwerlich in haft liegen könne weil die reisigen noch auf der jagd wären da beschlossen die brüder still zu harren aber sie frugen unsicher wie lange sie die jungfrau bewahren sollten wenn ein landgeschrei erhoben würde und wenn gar die mutter die entlassung forderte wieder am nächsten morgen hielten zwei der brüder auf dem wardturm die wache da lachte ortwin den granich ludiger hörte ich schreien wie lief der vogel aus unserem hofe über das land und als er hinab sah erkannte er dass an der außenseite des grabens mitten auf dem wege etwas fremdes lag er ließ das tor aufsperren die brücke werfen eilte hinab und hob vorsichtig den fund in die höhe dann sprang er abwärts bis an das gehölz aber er vernahm nur noch ein rasseln der zweige als ob jemand schnell hinab gleite und suchte vergebens den springer zu erkennen er flog zurück rief in den hof eine botschaft bringe ich was sie bedeute mögt ihr selbst erkennen und hielt ein kleines dicht umwundenes bündel in die höhe das gebinde ging von hand zu hand und odo sprach sicherlich ist es ein zeichen ruft die alte gertrud denn sie versteht alles geheime besser zu deuten als wir anderen gertrud betrachtete mit scharfen augen das fremde stück sie setzte sich nieder murmelte unverständliches darüber löste behutsam das band und dachte nach endlich hob sie die hand und rief ich verstehe den gruß günstiges kündigt er dem hause denn daß der kranich rief meldet euch daß die botschaft von einem sohne des hofes kommt blau ist das band welches das zeichen umschließt und mit blauer farbe malt ihr helden eure schilde in der schlinge liegen fünf pfeile um ein hafel reis und eurer sind fünf und das reis in der mitte meint die jungfrau der dies gesandt hat will daß ihr mit euren waffen die jungfrau umringt wie die pfeile das reis das reis ist noch ganz frisch und darum ist er der es sandte nicht weit entfernt und in das band gebunden sehe ich noch das distel zeichen von roten und grünen fäden die distel kennt ihr und auch die männer welche sie auf den mützen tragen von dort sendet euch der bruder dies zeichen da rief odo geendet ist der zweifel er lebt und er denkt seine beute zu bewahren er soll erkennen daß auch wir nach seinem willen tun wir halten die jungfrau und wir halten die burg gegen jedermann denn hoch ist der berg und fest die mauer und viele helmkappen mögen daran zerschellen wenn die grafen aus der ebene sich gegen uns erheben der flüchtige bote war ein junger sohn des bauern balderich in dessen hofe immo verborgen lag ungeduldig forderte der verwundete daß brunico ihn nach der mühlburg schaffe sein verrenkter arm war ihm eingerichtet aber der schmerz und blutverlust einer tiefen armwunde hinderten das rost zu besteigen und brunico merkte daß die wege auch in der nacht von reisigen umlauert waren da dachte immo daß der balsam welchen die mutter bewahrte ihm schnelle heilung verschaffen könnte und ermahnte seinen knappen das heilmittel mit gottfrieds hilfe zu gewinnen deshalb lief der kluge knabe von der mühlburg nach dem herrenhofe um die arznei welche brunico selbst nicht zu holen wagte vertraulich zu erbitten dem knaben gelang es in den hof zu schlüpfen und den herrensohn heimlich zu grüßen als gottfried in den saal trat fand er seine mutter in unterredung mit einem mönch des heiligen wickbert den er nicht kannte es war eine düstere breitschulterige gestalt mehr einem kriegsmann als einem mönch zu vergleichen und er vernahm wie die mutter zu dem fremden sprach ich wußte längst daß die geweihten auch die hohe pflicht üben ihren feinden zu vergeben und für sie zum himmelsherrn zu bitten aber daß ihr ehrwürdiger vater gegen den mein armer sohn am ärgsten gefrevelt hat so treu der hohen lehre anhängt und ihm jetzt eure fürbitte zuteil werden lasst das nimmt schwere sorge von meinem herzen da winkte gottfried die mutter zur seite und sagte ihr heimlich gib mir den balsam der kaiserin für einen verwundeten aber frage nicht wer er ist edith sah ihn mit großen augen an dann eilte sie in ihre kammer riß die büchse aus der truhe trug sie in den saal und hielt sie dem mönch hin indem sie sprach segnet die arznei ehrwürdiger vater denn vor jedem anderen gebet mag das eure dem unglücklichen frommen der sich dies begehrt der mönch neigte sich darüber und segnete gottfried sprang hinaus und übergab dem knaben die büchse der wickbert mönch aber sah mit finsterm blick dem enteilenden knaben nach am nächsten tage rief ortwin von dem turme in den hof an das tor ihr genossen staub wirbelt auf der straße einen reisigen zug sehe ich mit wagen und herdenvieh und eisen blinkt über den rossen die brüder sprangen herzu in kurzem waren die sechs kinder irnfrieds auf der höhe des turmes gesammelt ich sehe kein banner wehen sprach erwin und sorglos ziehen sie dem gehölz zu nur klein ist der haufe mehr rinder und ledige rosse als männer rief adalmar wie flüchtige nahen sie und nicht wie feinde weiber erkenne ich im haufen und den jüngsten bruder lachte arnfried es ist die mutter selbst rief odo die brüder sahen einander mit kummervollen minen an sie naht mit ihrem gesinde die bewaffneten des gutes führt sie heran hart ist es gegen die eigene mutter zu kämpfen murmelte erwin schwerlich dürfen wir den zug wehren sprach ortwin aber wie sollen wir ihrem willen widerstehen alles hat seine zeit riet odo wenn sie fordert mögen wir weigern jetzt rate ich ihr entgegen zu gehen die söhne eilten hinab das tor wurde geöffnet auf der mauer drängten sich die mannen und die herren traten vor die brücke um den zug zu empfangen schweigend nahten die reiter ohne gruß und willkommen sahen die alten bankgenossen einander ins gesicht schweigend traten auch die söhne an das rost der mutter sie aus dem sattel zu heben als edith den boden betrat begann sie es ist mir lieb daß ihr mich empfangen habt geleitet die mutter in das haus des bruders du aber odo gestatte daß deine und meine leute den hof betreten und nach rückwärts gewandt rief sie gehorchet wenn herr odo euch fordert denn er hat hier zu gebieten an der hand des sohnes schritt sie in den hof und grüßte die kriegsleute welche ihr endlich zuriefen und die waffen zusammenschlugen unterdes sprachen die jüngeren brüder mit gottfried sie hat unseren hof geräumt erzählte dieser alle die treu an ihr hängen führt sie unter waffen her was sie hier begehrt hat sie mir nicht vertraut edith blickte über den hof auf das gedränge von männern weibern und vieh und auf die unsichern und verlegenen blicke mit denen sie betrachtet wurde hart nur ein wenig ihr treuen du odo führe mich zu dem herde an welchem mein sohn immo gerastet hat bevor ich ihn verlor die brüder geleiteten sie in das haus edith neigte sich zu dem leeren herrensitze am herde und ihre lippen bewegten sich im stillen gebet dann trat sie unter ihre söhne euch wundert wie ich erkenne die mutter hier zu sehen und kalt ist der willkommen den ihr mir bietet ich aber komme bei euch zu bleiben und euer schicksal zu teilen sorgt nicht dass ich euch den sinn mit klagen beschwere oder gar mit vorwürfen weil ihr gefrevelt habt gegen frieden recht und die heilige kirche andere werden euch darum bedrohen ich aber will euch dienen so weit eine mutter vermag denn wir alle erkennen daß wir in todesnot stehen wisset meine söhne der könig naht mit großem heer gefolge der erzbischof und die grafen im lande haben ihre mannen in den sattel gefordert heut oder in den nächsten tagen wird der feind die burg umschließen und die kinder des helden irmfried werden hinter mauern ihren letzten kampf kämpfen wenn sie nicht demütig ihr haupt beugen und das erbe ihres bruders ausliefern die brüder standen betroffen wir gedenken die burg zu halten mutter auch gegen den könig antwortete odo obwohl wir erkennen daß wir in großer gefahr stehen aber mutter daß ich alles sage mehr als den könig und den erzbischof fürchten wir deinen wunsch daß wir die braut des immo den feinden ausliefern da antwortete edith stets habe ich gehofft daß mir die heiligen gewähren würden ohne große missetat mein leben zu beschließen aber anders hat der üble teufel es gefügt will ich meinem geschlecht die treue beweisen so muß ich die mitschuld auf mich nehmen zu meinem schaden hier und dort eure mutter bin ich ihr knaben ich habe euch gezogen und über eurem haupt gebetet von dem ersten tag eurer geburt darum will ich auch jetzt die last mit dir tragen du einsames verfeindetes geschlecht und die engel mögen es wissen und die heiligen mögen mir verzeihen ich lasse euch nicht und ich scheide mich nicht von eurem los wie es auch falle da riefen ihr die söhne heil und hingen sich ihr um den hals und hände edith aber fuhr fort laßt uns an die nächste arbeit denken odo unsere getreuen sollen wissen daß die herren einig sind alle die ich dir herführe sollen dem herrn immo in deine hand sich zuschwören ich bringe auch was zumeist die sorge der frauen ist vorrat von den gütern für küche und keller vertraue mir die aufsicht darüber an damit auch ich mit meinen mägden dir nütze und ich rate lass abladen und einräumen was ich bringe solange nicht größere sorge bedrängt gestatte mutter daß ich dir die jungfrau zuführe bat odo das antlitz der edith erblich ihre hand zog sich zusammen und sie rang nach fassung aber im nächsten augenblick sprach sie lächelnd erst machen wir das haus fest damit unsere leute der unsicherheit enthoben werden denn der zweifel lähmt auch den mutigen aber wer seine pflicht kennt bewahrt leichter die kraft ist burg und hof versorgt dann denken wir des gastes der bei uns eingekehrt ist als odo die tür des gemaches öffnete in welchem hildegard geborgen war saß die jungfrau gebeugt auf dem lager die hände im schoß gefaltet sie fuhr auf und sah erschrocken auf eine hohe frauengestalt und den strengen ausdruck eines edlen antlitzes es ist unsere mutter sagte odo welche zu dir kommt da sank hildegard vor frau edith auf den boden und odo verließ leise das zimmer steh auf jungfrau begann edith ich bin nicht der herr welchen du dir gewählt hast hildegard sah furchtsam zu ihr auf im traume sah ich dein angesicht es gleicht dem seinen aber feindlich blicken die augen o sei barmherzig herrin rief sie in ausbrechendem schmerze der sturmwind riss ein blatt vom baume und es flatterte bis vor deine füße zertritt nicht die bebende edith hob ihr das antlitz empor und sah scharf in die tränenfeuchten augen das sind die züge welche meinem sohn lieber wurden als der wille der eltern und das eigene heil waren es deine tränen oder war es dein lachen womit du sein herz umstrickt hast ich denke wohl mit lächeln begann's und die tränen folgten das ist das schicksal aller welche einander lieb haben auf dieser erde leid brachtest du uns und leid brachte er dir steh auf jungfrau fuhr sie milder fort ich komme nicht dich zu schelten und zu richten sondern damit ich dir frauen rat gebe so oft du ihn begehrst setze dich zu mir und wenn du mir gefallen willst so sprich mir von ihm sie führte hildegard zu dem lager aber die jungfrau glitt wieder an ihren knien herab und klagte lass mich liegen herrin und zu dir aufsehen wie zu einer fürbitterin denn mir ist als hätte ich dir großes abzubitten daß ich hier bin und daß ich ihn liebe da sprach edith sich zu ihr beugend leise rede nicht weiter bevor du mir eins gesagt hast als meine wilden knaben dich hertrugen folgtest du mit gutem willen oder haben sie eine widerwillige auf das roß gehoben bist du als braut meines sohnes hier oder als gefangene da flog über das verstörte gesicht der hildegard eine holde röte und sie neigte das haupt in den schoß der mutter als er eintrat murmelte sie erschien er mir wie damals wo er mich am kreuz mit seinem schilde deckte gleich dem hohen engel michael stand er bei mir im kriegskleide und mir schwand die quälende angst vor dem kloster da seufzte edith schwer aber sie legte ihre hand auf die feuchte stirn der jungfrau hildegard aber warf ihre arme leidenschaftlich um den leib der herrin und klagte meine mutter ist tot und freudenlos lebte ich da trat er in unsere halle hold selig waren seine worte fröhlich seine art und unter den männern wußte er sich zu behaupten daß ihm keiner zu widersprechen wagte er wurde mir schnell so vertraulich als hätten wir lange beieinander in der schule gesessen und er lachte mich an und faßte meine hand sein lachen ist lieblich herrin er trank aus dem becher den ich ihm bot und aß von meinem teller darum hat die mutter ihm becher und teller vergebens gestellt murmelte edith sie rühmen ihn auch als einen helden herrin denn keiner kommt im kampfe gegen ihn auf und die kleinen spielleute erzählen daß er mit dem speer sicherer als ein anderer auf die stelle trifft nach der er wirft jedermann wundert sich wo er im kloster so schweres gelernt hat er war schon als knabe geschickt in aller reiterkunst versetzte edith und sein vater staunte selbst darüber ich sorge auch im kloster hat er mehr an holz und eisen gedacht als an die bücher dennoch herrin versteht er ganz gut das lateinische obgleich er selbst sein wissen nicht rühmt und er weiß so geschickt mit sprüchen und versen zu antworten daß es eine wonne ist ihn anzuhören du warst auch in der schule und verstehst das latein frug edith das war es was ihm gefiel ich dachte sonst die heilige sprache hilft nur dazu den glauben vertraulich zu machen ich merke aber sie verlockt auch männer und frauen zueinander du sagst die wahrheit herrin denn die in der schule waren verstehen einander leicht unter fremden leuten damals als ich ihn zuerst sah wurde mir weh ums herz weil er mir gestand daß er ungern im kloster weilte aber später kam mir ganz andere sorge sie hielt an und sah vor sich nieder denn als ich ihn im kriegskleide wieder sah und erkannte daß er dereinst mein herr werden sollte da erschrak ich über den schweren gedanken und ich saß im sonnenuntergang auf dem idisberge bis die nacht heraufstieg und als der nachtwind in den zweigen rauschte hörte ich immerdar seine stimme und daneben eine andere als wenn ich selbst mit ihm redete aber fern und leise wie oben aus dem wipfel des baumes und die eine stimme sprach selig war ich held denn ich habe deine liebe gefunden und jetzt zittre ich dich zu verlieren und die andere stimme antwortete ruhm ersehne ich und schrecklich will ich meinen feinden werden gedenkst du das weib eines helden zu sein so darfst auch du nicht vor dem tode beben wenn zwei einander lieb haben sollen sie auch beten daß sie miteinander sterben da merkte ich herrin was es bedeutet einen mann im herzen zu tragen mein geschlecht habe ich verlassen um seinet willen unterbrach sie sich selbst und jetzt ist er nicht hier ich aber gehöre zu ihm wo er auch weilen mag allzu ungeduldig bist du an seinem hals zu hangen versetzte edith finster verwundet ward er in jener nacht die brüder sagten mir's antwortete hildegard leise an sein lager will ich und fühlst du erbarmen mit meiner not so sage mir wo ich ihn finde auch der mutter bergen sie die städte rief edith meinst du mich quält es weniger als dich daß er unter fremden liegt in traurigem versteck hildegard sprang auf wenn du ihn liebst so komm mit mir aus diesen mauern wir hüllen uns in niederes gewand und suchen ihn bis wir ihn finden denn der treue mann der ihn im heereszug begleitete weiß es wo er weilt eitel ist dein wunsch antwortete edith wenn wir diese burg verlassen so würden wir ihn eher verraten als retten denn wisse jungfrau der könig naht mit seinem heer gefolge in feindlichem willen um den raub zu rächen meinen sohn seine brüder und uns alle auf dieser burg bedroht des königs zorn da verhüllte hildegard das bleiche antlitz und sank abgewandt von der mutter auf die knie edith saß lange zeit schweigend endlich begann sie forschend klagst du daß er und sein geschlecht um deinetwillen an leben und ehre bedroht sind die klage allein schafft keine hilfe auch der himmelsherr erhört nur die bitten derer welche in demut und reue zu ihm flehen reut dich das unheil das allen droht so denke auch auf die rettung um dich allein geht der kampf du vermagst ihm leben und freiheit zu bewahren denn milder wird die strafe des richters sein wenn er er ergebung und gehorsam findet hildegard lag unbeweglich edith trat näher und sprach über ihrem haupt liebst du ihn über alles wie du sagst so kannst du das jetzt erweisen kehre zurück zu deinem geschlecht wende deine schritte dem kloster zu und entsage ihm damit du ihn rettest ein schauer flog über hildegards leib sie richtete sich auf und ihre großen augen starrten entsetzt auf die mutter ist deines herzens meinung herrin dass ich tue wie du sagst ich sagte dir's du aber antworte da fuhr hildegard in die höhe eine feindin hörte ich des geliebten mannes und eine feindin meiner liebe in den abgrund will ich tauchen in die flammen will ich springen um sein leben zu retten bezeugt ihr guten engel die ihr meine gedanken bewacht dass ich die wahrheit rede mein leben nehmt für ihn aber meine liebe verrate ich nicht hat er alles für mich hingegeben ich habe das selbe getan gebunden bin ich an ihn und solange ich atme gehöre ich ihm zu jetzt ist meine treue der stab an den er sich hält auf seinem lager in seiner angst du aber willst mich zerbrechen und hinwerfen damit er erkenne dass seine liebe nichtig war und die jungfrau der er alles geopfert hat feige und schwach und seiner unwert und wenn alle menschen auf uns blicken wie auf zwei wilde tiere welche von den jägern umstellt sind wisse auch unter den friedlosen tieren ist der brauch wenn der bär verwundet ist und von den hunden umstellt so läuft die bärin nicht abwärts um ihn zu retten sondern sie wirft sich der meute entgegen die kraft der glieder ist mir versagt aber mein wille ist fest wie der seine sage mir wie ich sterben soll um ihn zu retten aber mahne mich nicht dass ich lebend ihm entsage da rief edith jetzt erkenne ich wie du bist einer taube siehst du ähnlich aber wer dir die kappe von dem haupte löst der erkennt die edle art eines falken zürne nicht dass ich dich versucht habe denn ganz fremd warst du mir auch das herz einer mutter fühlt eifersucht und sie fragt zuerst ob das weib das der geliebte sohn sich erkor würdig ist seine vertraute zu werden anstatt der mutter gesegnet seist du jungfrau und willkommen bist du mir als braut des sohnes und als genossin im hause deine mutter bin ich von heute und du mein kind und verteidigen will ich dich gegen den könig und alle welt komm zu mir hildegard zusammen wollen wir den himmelsgott anflehen daß er mir das glück gewähre deine hand in die meines sohnes zu legen hildegard warf sich an die brust der mutter frau edith hatte recht verkündet als der könig durch reitende boten des erzbischofs die kunde von dem raube der jungfrau erhielt da hemmte er wie sehr auch sein herz sich nach dem süden sehnte sogleich die fahrt und kam mit den edlen und den heerhaufen welche um ihn gesammelt waren über die verra zurück der erzbischof ritt ihm entgegen er fand den könig hoch erzürnt und wortkarg und als er ihm von dem raube berichtete unterbrach ihn der könig heftig wer ist kläger und da der erzbischof erwiderte ich selbst durch meinen fugt und der vater der jungfrau hob der könig drohend die hand und rief sagt dem grafen er soll seine pflicht nicht säumig tun denn das königs auge ist noch über ihm zuletzt sprach der erzbischof ist auch die stunde ungünstig um die verzeihung des königs zu erbitten für einen anderen der in ungnade lebt so darf ich doch dem flehenden mich nicht versagen da er ein geweihter ist der mönch tutilo begehrt sich vor dem könig zu demütigen unstet treibt er umher im zwist mit seinem abte er kam von ordorf zu mir und stöhnte daß ich ihm die huld des königs wieder erwerbe er hat also keine lust nach böhmen zu wandern wie die anderen empörer seines geschlechtes spottete der könig manchen besseren anblick weiß ich als einen hochfahrenden mann der widerwillig die knie beugt und seine miene zur demut zwingt doch da dem könige nicht ziemt gegen einen mönch zu hadern so las den herein kaum hatte der erzbischof das gemach verlassen so lag tutilo vor dem könige auf dem fußboden als der mönch nach kurzer unterredung mit gesenktem haupt einem reuigen manne ähnlich entwich trat heinrich in den saal in welchem sein gefolge harrte und rief ihr sagtet mir ehrwürdiger vater daß der räuber immer spurlos verschwunden sei wenn er nicht etwa bei seinen genossen auf der mühlburg hause ihr wart im irrtum und er rief gundomar und gab ihm einen leisen befehl ende von abschnitt 17 abschnitt 18 von die ahnen das nest der zaunkönige von gustav freitag diese librivox aufnahme ist in der public domain die mutter auf der burg teil 2 an demselben tage ritt eine schar königsmannen dem dorfe zu in welchem der hof des bauern balderich lag die reiter umstellten das dorf und drangen unter harten drohungen in den hof gundomar trat mit dem königsvogt von erfurt in die kammer in welcher immo saß dieser wandte sich finster ab als er seinen oheim erblickte aber dem vogt reichte er die hand mir tut's von herzen leid hält immo sprach dieser traurig daß ich dich zur stelle dem könig überliefern muß ich vermag mich nicht zu wehren wie du siehst antwortete immo ruhig nur eine bitte erfülle mir verhindere deine reisigen daß sie den leuten hier einen schaden an leib und gut zufügen denn aus mitleid haben sie mich aufgenommen als ich hilflos vor ihrer schwelle lag das versprach der vogt am andern morgen sahen die von der burg in der morgensonne blinkende speere und wehende banner der könig hielt mit seinem heer haufen bei dem nahen dorfe in welchem die sachsen könige seit alter zeit einen hof hatten das königsbanner ließ er auf einem hügel errichten der zu dem erbe irmfrieds gehörte und ringsherum die wagenburg schlagen aus dem heerlager bewegte sich zur mühlburg langsam ein friedlicher zug an dessen spitze der erzbischof williges ritt und neben ihm der mönch reinhardt edith selbst mit ihren sechs söhnen empfing die frommen väter am tor und geleitete sie in die halle sie begann auf ihre söhne weisend als ich zum ersten mal nach meiner vermählung vor dem altar kniete erwartet ihr hochwürdiger vater den segen der himmlischen für mein leben hier seht ihr was ich von meinem glück zu bewahren vermochte dass ihr jetzt in der not zu uns kommt dafür danke ich dem ewigen denn als eine gute vorbedeutung sehe ich euer geweihtes haupt in diesen mauern ich komme nicht als bote des milden himmelsgottes versetzte williges sondern als diener eines strengen richters eile hinauf gebot er mir zerwirft das nest unholder vögel und bringe mir die brut herab unter meine hand darum übergebt euch der gnade des königs ohne widerstand denn scharf ist sein zorn und schnell folgt seinem willen die tat odo versetzte er erbietig wir stehen hier in festen mauern unter treuen schwurgenossen wir haben nicht die wahl ob wir die feste und die jungfrau dem könig ausliefern wollen oder nicht denn unser bruder immo der hier gebietet und heute fern ist befahl uns beide zu halten gegen jedermann da entgegnete der erzbischof es ist eures bruders hals um den ich sorge wenn ich von euch die ergebung fordere denn wisse geschlecht irrenfrieds hält immo liegt gefangen in des königs gewalt edith rang die hände gegen den himmel und die brüder traten bestürzt zusammen diesen morgen brachten reisige des königs den verwundeten in das lager sein versteck wurde dem könig durch einen feind verraten tutilo schrie die mutter entsetzt seitdem hält der könig fest was euch zwingt liefere mir die nestlinge des toten irmfrieds befahl der könig bevor die sonne zur mittagshöhe gestiegen ist wenn sie länger zaudern so lasse ich den gefangenen an den fuß der mühlburg führen wo man von der höhe sein haupt sehen kann und ich werfe sein haupt auf den grund austilgen will ich den frechen trotz der landrecht und königsmacht misstachtet und ausbrennen will ich die mauern hinter denen die räuber mir widerstehen darum wollt ihr junge helden den bruder vor jähem tode bewahren so folgt mir aus der burg zum könige wenn er eure ergebenheit sieht wird sein sinn eher der gnade zugänglich und dem rat solcher welche euch gutes wünschen da wandte sich odo zu seinen vier brüdern unsere lose warfen wir am herdfeuer als wir uns dem bruder gelobten wenn wir willig waren in den gassen da statt unser leben für das seine zu wagen so müssen wir dasselbe vor dem schwert des königs tun ich bin bereit den priestern zu folgen vier von euch lade ich dass sie zu mir treten da traten alle fünf auf seine seite odo aber wies seinen bruder gottfried zu der mutter nach dem willen des gefangenen gehörst du zu ihr und dir ziemt auch jetzt diesen willen zu ehren hochwürdiger herr wir sind gerüstet euch zu folgen wir allein denn nur wir vier waren genossen des bruders bei der tat die burg unseres geschlechtes aber die dienstmannen und die braut des bruders vermögen wir euch nicht zu übergeben darüber zu entscheiden steht bei unserem bruder immo wenn er auch gefangen ist und solange wir nicht deutlich erkennen dass er die übergabe fordert dürfen wir brüder sie nicht vollbringen darum lege ich die gewalt über die burg und über alles was sie umschließt in die hand unserer mutter sorge du mutter für braut und erbe deines sohnes immo uns aber segne da wir uns von dir scheiden die fünf brüder warfen sich vor der mutter auf die knie und küßten ihr hände und gewand sie riss bleich und tränenlos einen der liegenden nach dem anderen an ihr herz ihre lippen bewegten sich im gebet aber man vernahm keine worte und als die fünf der tür zuschritten stürzte sie ihnen nach und umfasste ihnen noch einmal hals und haupt bis sich die weinenden von ihr lösten die geistlichen boten hatten der trennung teilnehmend zugesehen obgleich sie gewöhnt waren alle irdische liebe als nichtig zu betrachten jetzt begann der erzbischof den redlichen entschluss eurer söhne edle edith will ich gern dem könig rühmen sie haben wohlgetan dem urteil der mutter zu vertrauen denn als fromm und weise wird sie im ganzen lande geehrt sechs junge leben die mir gehören hat könig heinrich für sich genommen was will er von der verwaisten mutter noch mehr die burg und die geraubte jungfrau die eure söhne darin bewahrten begehrt er von euch die braut meines sohnes immo gehört in das frauengemach in welchem die mutter gebietet und nicht in das heerlager des königs an die burg aber hat der könig völlig kein recht und ich bewahre sie selbst um der lebenden und toten willen denkt in eurem schmerz auch daran edle frau dass eure söhne durch ihre missetat dem spruch des königs verfallen sind sind meine söhne schuldig zu büßen für eine schwere tat so bin ich ihre mutter in derselben schuld denn blut sind sie von meinem blut und wenn sie jetzt auch auf ihren eigenen beinen dahin schreiten wohin sie ihr mut treibt meine seele wandelt mit ihnen allen bei tag und bei nacht dies geheimnis einer mutter vermag kein priester zu begreifen haben sie missetat geübt so bin ich dem richter verfeindet wie sie und gleich ihnen will ich das erbe des geschlechtes bewahren gegen jedermann auch gegen den könig selbst hütet euch frau rief der erzbischof freiwillig eure schuldlose seele mit derselben schuld zu beladen welche auf jenen liegt denn nicht nur den irdischen richter haben sie erbittert auch dem himmelsherrn haben sie geraubt was ihm zukam als sie eine jungfrau entführten die geweiht werden sollte darum sorgt für das heil ihrer seelen indem er die jungfrau zurückgebt sonst möchte der große richter des himmels sich ungnädiger erweisen als könig heinrich und eure söhne für ihre tat hinabstoßen in das reich des üblen drachen da rief edith mit flammenden augen und wenn wahr wäre was ihr sagt und wenn der große himmelsgott ihnen die wolkenhalle verschließt um so kleine schuld weil sie den besitz eines geliebten weibes begehrten und weil sie alle treu waren in der not meint ihr ehrwürdige väter daß die mutter allein im himmelssaal kauern wird getrennt von ihren kindern werden diese verworfen so will auch ich verworfen sein lieber will ich meinen sieben knaben ihre becher und schüßlein in der finsteren hölle zureichen als fern von meinen kindern euch ihr heiligen in der strahlenden burg des himmels der mönch reinhard warf sich auf die knie und williges schlug schnell das kreuz er war ein alter und gestrenger herr der eifrig für die kirche sorgte aber als frau edith so empört vor ihm stand höher als sonst und einem weibe aus der urzeit ähnlich da dachte er daran daß sie von den wilden sachsen her stammte wie er selbst auch und obwohl ihm graute so kam ihm doch vor als ob er wohl auch so reden könnte aber seiner würde gedenkend zog er sein gewand zusammen und wandte sich zum abgang wer die strafen der menschen nicht scheut und die strafen der ewigkeit nicht über alles fürchtet mit dem hat ein priester nichts mehr zu reden aber edith fasste ihm das handgelenk mit eisernem griff haltet an ehrwürdiger vater ihr selbst und wohl auch andere haben mich in meinem glücke über gebühr gerühmt als ein gottseliges weib das den heiligen treu diene weshalb meint ihr wohl bin ich verwandelt den ältesten sohn habe ich verloren weil ich nach eurem rat forderte daß er gegen seinen wunsch der kirche diene und diese burg den heiligen übergebe als er sich weigerte habe ich ihm gezürnt und mein auge hat ihn seitdem nicht wiedergesehen finstern gedanken habe ich seine junge seele preisgegeben gerade als er den rat und die liebe der mutter am meisten bedurft hätte untreu war ich als mutter weil ich den heiligen zu getreu diente jetzt ist er wie ich fürchte in dieser welt für mich verloren und diese burg die der könig ein nest unholden geflügels nennt soll zerworfen werden durch eisen und feuer versucht das rühmliche werk lasst eure knechte kommen mit der haue und dem brande stürmet die mauern erschlagt meine getreuen und führt hinaus an strick und kette was ihr hier an lebenden häuptern findet einen leib werdet ihr dennoch zurücklassen folgt mir ihr geweihten zu der stelle die auch ihr ehren solltet wenn ihr eures amtes denkt sie zog den erzbischof aus der halle über den hof und öffnete die tür der kleinen kapelle es war nichts darin als ein altar mit dem kreuz darüber an dieser stätte hat der große verkünder winfried einen stein der heiden geworfen und sein genosse wickbert hat darüber den altar geweiht euch erzbischof und dem frommen könige sollte dieser ort ehrwürdig sein und ich meine ihr solltet für frevel halten dies mauernest zu zerreißen und den flug der vögel welchen hier die heiligen ihren sitz geweiht haben was ihr tun wollt steht bei euch was ich tun will berge ich euch nicht brecht ihr das haus dann wird dies die stätte wo ich ausharre unter berstenden mauern und brennenden balken sagt dem könig daß hier das grab der edith ist und daß die mutter der sieben knaben keine andere antwort für ihn hat sie warf sich am altar nieder die sendboten verließen schweigend den raum wilde worte hörten wir begann der erzbischof zu reinhard als sie herabritten doch auch der schüchterne vogel wandelt seine art wenn ein feind die krall nach seiner brut ausstreckt reinhard antwortete seufzend in meinem herzen fühle ich den jammer über das schicksal welches diesem geschlecht bereitet wird hochwürdiger vater bat er die hände faltend wenn jemand den helden immer vom tode zu retten vermag so ist eurer weisheit diese gute tat vorbehalten der erzbischof schüttelte das haupt du kennst noch zu wenig den sinn dieses königs meinst du daß heinrich seine reise unterbrochen und uns alle als zeugen seines tuns mitgeführt hätte wenn er nicht seine eigene macht erhöhen wollte indem er die häupter eines edlen geschlechts auf den rasen wirft selbst wenn er dem schuldigen nicht feindlich denkt ja auch wenn er die missetat in seinem herzen entschuldigt ihm ist doch willkommen sich vor seiner romfahrt als strengen richter zu erweisen denn die trauer über des richters spruch fühlen nur wenige die kunde aber dass er wieder einen räuber aus der zahl der edlen schildträger getroffen hat fliegt durch das ganze land sie schreckt die argen und gewinnt dem könig die herzen der friedlichen auch hat der könig hier wenig um die rache mächtiger herren zu sorgen denn einsam und ohne großen anhang von lehnsleuten haust das geschlecht am walde dennoch vernahm ich daß der könig einst den helden immer wert hielt warf reinhard bittend ein mir aber scheint sein sinn gegen ihn verhärtet versetzte der erzbischof vielleicht weil held gundomar dem jüngling feind ist vielleicht wegen anderem nicht umsonst wurde könig heinrich in klosterzucht gezogen er hat gelernt was dem manne am schwersten ist seine gedanken zu verbergen dreien königen habe ich in die tiefe ihrer seelen gespäht jetzt handle ich mit dem vierten und eifriger als die früheren dient er der kirche durch huldbeweis und reiche spenden dennoch erkenne ich zuweilen unter dem lammfell die tatze eines raubtiers und ich merke wenn er sich vor den heiligen am tiefsten demütigt denkt er am meisten an den eigenen vorteil mich aber freut die kluge art denn auch wir sind nicht einfältig und beide verstehen wir wo unser vorteil gemeinsam ist am fuß des berges gab der erzbischof seinem gefolge ein zeichen die reisigen rückten im kreis um das geschlecht irmfrieds und williges begann zu odo steigt von den rossen ihr jungen helden und gebt eure waffen meinem hauptmann dass er sie euch bewahre die brüder saßen unbeweglich sahen drohend auf den herrn und zogen ihre schilde am arm herauf demut rate ich euch wenn ihr dem leben des bruders nützen wollt du selbst weißt edler odo dass du nicht hoch zu rost dem könige vor die augen reiten darfst denn er fordert daß ihr euch ihm ergebt und behaupt mit den füßen im staube müsst ihr ihm nahen die brüder sahen einander grimmig an und erwin gebot leise schließt euch zusammen damit wir wenden und rückwärts durchbrechen aber ortwin mahnte dann stolpern die rosse über das haupt unseres bruders und odo sprach der pfeil flog vom bogen wir ändern nicht mehr seinen lauf taucht zur erde und fügt euch da sprangen sie von den rossen hingen die schwerter ab lösten die helme und schritten zu fuß unter den bewaffneten dem lager zu mit gerötetem antlitz und tränen der scham in den augen vor dem lager ritt williges noch einmal zu ihnen und riet in guter meinung leichter biegt sich im sturm der junge stamm als der alte und er schnellt auch wieder in die höhe und bereitet seine wipfel lustig in der sonne denkt daran da ihr aus dem walde stammt und der hofsitte nicht gewöhnt seid daß der könig vor allem demut fordert vermögt ihr sie nicht in eurer rede zu erweisen so werdet ihr euer heil am besten bedenken wenn ihr schweigend kniet der könig hielt auf seinem ross mit großem gefolge er sah finster über die söhne edits welche schwerfällig die knie beugten trotzig finde ich die waldleute noch in ihrer haft wo habt ihr die jungfrau auch erkenne ich nicht des königs banner auf der burg williges antwortete in der burg gebietet die edle edit und sie weigerte mir die jungfrau welche wie sie sagte in frauenzucht gehöre und nicht in ein heerlager da sie die braut ihres sohnes sei und weil frau edit aus edlem sachsen geschlecht stammt welches in alter zeit mit dem hause des königs befreundet war so hielt ich für recht daß der könig selbst gebiete und der sachsen frau seinen willen verkünden lasse denn schwere worte sprach die mutter in ihrem schmerz und ich fürchte sie begehrt sich den tod im brennenden hause der könig zog den mund zu einem herben lächeln ich sah frau edit einst als ich ein knabe war meint sie mit dem könig zu streiten weil er sie damals im kinderspiel auf die hände schlug ist sie so bereit die pfänder zu verlieren welche ich von ihr in der hand habe ein ende will ich machen mit dieser widersetzlichkeit führt die räuber ab doch so dass sie sich nicht ihrem bruder gesellen euch aber hochwürdiger vater bitte ich zur stelle mit den fürsten und edlen welche mir folgen im rat niederzusitzen über den raub der jungfrau damit ihr mir eure meinung erklärt die ich gern beachte soweit ich vermag denn ich selbst will richten und sein pferd wendend rief er gundumar zu sich dies geht dich an sprach er gütiger denn ist dir das haus des toten irnfried auch verfeindet so wirst du doch um deiner eigenen ehre willen dafür sorgen daß die frauen nicht in ihrer torheit das schicksal der männer teilen reite hinauf und sage ihnen mein gebot daß sie vor mir erscheinen gundumar vernahm die botschaft mit umwölkter mine hartes gebietet der könig murmelte er mein fuß betrat die mauer nicht seit den jahren meiner jugend aber mit blitzenden augen rief der könig willst auch du mir widerstehen in guter meinung sprach ich zu dir wahrlich es ist zeit eine warnung zu geben denn unbändig und eigenwillig gebärdet sich jeder in dieser waldecke da warf gundumar sein ross herum hob seine hand damit seine ritter ihm folgten und sprengte den berg hinauf weit vor den andern fuhr er dahin und die hofleute sahen freudig auf den streitbaren helden aber hätten sie sein antlitz geschaut die angst darin hätte sie gewundert als er den steilen bergweg hinauf ritt sank ihm das haupt auf die brust und er seufzte schwer vor dem wallgraben hielt er still wie einer der nicht ganz bei sich ist er vergaß sein begehr zum turme hinauf zu rufen und vernahm auch nicht daß der vogt ihn anschrie erst als zum zweitenmal der drohende ruf erklang hob er das haupt und starrte wie ein träumender um sich da rief der alte berthold ein antlitz sehe ich daß ich vor zeiten fröhlicher schaute bringst du frieden herr so harre daß ich dich unserer herrin verkünde er eilte von der mauer nicht lange und das tor wurde geöffnet gundumar winkte seinem gefolge zurück zu bleiben und ritt allein in den hof auch dort zögerte er abzusteigen und ruckte am zügel als ob er wieder hinaus wenden wollte da er rub sich neben ihm die alte gertrud vom boden graues silber glänzt in deinem haar aber deine ersten locken wuchsen als ich dich auf dem arme trug kannst du dem weibe deine hand reichen das allen söhnen irmfrieds als wärterin diente so sei gesegnet gundumar schüttelte das haupt und gertrud rief zornig sieh dorthin du held der schlehen strauch steht noch an der mauer weiß ist die blüte aber schwarz die frucht dort trank der boden das blut zweier brüder die im todeshass gegeneinander schlugen dort binde dein pferd an du feind des geschlechtes sechs söhne irmfrieds sind deiner rache verfallen nur das jüngste kind ist noch übrig ich denke du kommst auch mit dem letzten den kampf zu beginnen schweige alte versetzte gundumar grimmig führe mich zu deiner herrin gertrud wies auf die kleine kapelle traust du dich den ort zu betreten wo die sünden vergeben werden so wirst du sie finden schwerfällig stieg der held ab und trat in das heiligtum an einer ecke des altars saß edith auf den stufen sie wies auf die andere seite dort sitze nieder gundumar denn die nähe der heiligen tut uns beiden not wenn wir miteinander reden gundumar warf sich auf die stufen des altars und es war ein langes schweigen im raume als er sich aufrichtete warf er scheue blicke nach edith und sprach abgewandt eine lüge ist es dass die zeit das herz des menschen wandelt die wunde brennt heut wo ich dich wieder sehe wie vor 25 jahren die krallen des hasses und der eifersucht fühle ich wie damals wo ich dich verlor und was die priester als schwere sünde strafen das hege ich unablässig in meinem innern den heißen wunsch der mich zu dir treibt edith wandte ihm ihr antlitz zu du siehst eine mutter die ihre söhne großgezogen hat und im witwenschleier des toten gemahls gedenkt blicke mich nicht an mit deinen augen deren lichter glanz mich einst selig machte nicht die mutter erkenne ich und nicht die witwe eines andern nur das weib das ich selbst begehret habe edith schob ihr gewand zusammen und wandte sich ab aber gundumar fuhr fort wie im traum habe ich dahin gelebt alle diese jahre nur meine sehnsucht nach der einen und mein hass gegen einen anderen haben wahrhaftig in mir gebrannt alles übrige war mir wie ein spiel der gaukler oft habe ich gebüßt und die geißel über meinen rücken geschwungen aber fruchtlos war das fasten und vergeblich die schläge denn die bösen feinde versuchten mich immer wieder noch hier fühle ich sie raunte er scheu um sich blickend vieles habe ich auf erden erlebt sündige liebe und sündigen hass ich sah wie man eine krone gewinnt und was die herrlichkeit der welt wert ist unter des wenn die warme himmelssonne mich bescheint fühle ich den eisfrost in meinen gliedern verleidet ist mir diese erde und ich schmecke die galle aus dem honig mich jammert dass die menschen so begehrlich sind nach goldschmuck und kampfspiel und nach nichtiger ehre das sage ich dir da ich dich wieder sehe gegen deinen willen damit du mich nicht hassest wenn du an mich denkst denn nur an deiner meinung ist mir gelegen um die anderen sorge ich wenig ich ringe und suche was mir die kraft gibt zu überwinden damit mir das ewige erbarmen nicht fehle edith wies nach dem kreuz auf dem altare meide den könig und suche dir einen anderen herrn ich denke daran bei tag und nacht antwortete gundumar leise und sich erheben fuhr er mit verändertem tone fort der könig sandte mich forderst du meinen rat so weißt du dass ich dir nichts berge rate mir so wahr du ein sohn dieses geschlechtes bist dem könige liegt am herzen seine hoheit in einem herrn gericht zu erweisen dazu bedarf er die geraubte und dich ladet er zur mehrung seines ansehens ich rate dir dass du gehst denn der wird den könig am meisten verhasst der sie hemmt wo sie vor dem ganzen volk ihre würde erweisen wollen edith machte eine abweisende bewegung und gundumar fuhr fort willst du dem könig in der burg widerstehen so vermagst du das ganz wohl denn ihm fehlt alles sturmgerät und er kann nur wenige tage vor diesen mauern liegen weil die königspflicht ihn übermächtig nach dem süden treibt beim abzug wird er dem gerhard und den grafen in der ebene die fehde gegen dich und die deinen übergeben auch diesen kannst du siegreich entgegentreten merke edith die burg und den jüngsten sohn vermagst du lange gegen den könig zu bewahren nicht die häupter der söhne welche in seiner gewalt sind denn diese wird er rache heischend werfen kommst du dagegen mit der jungfrau in sein heerlager so denkt er vielleicht auch an deinen wert und an dein herzeleid darum flehe ich dich an edith dass du mir folgst rate anderes gundumar die braut meines sohnes und die burg übergebe ich nicht was frommt die brautschaft wenn der bräutigam schwindet und wie kannst du ihm die burg bewahren wenn du ihn selbst verlierst edith bag ihr antlitz in den händen du sprichst die wahrheit aber wo die gedanken in der seele feindlich gegeneinander ringen und der mensch angstvoll zweifelt was ihn retten werde da findet er einen trost wenn er treulich die pflicht tut welche ihm aufgelegt ward der herr dieser burg und der jungfrau hat uns geboten beide festzuhalten seinem gebot folge ich was uns allen auch darum geschehe du verdirbst dich und andere rief gundumar heftig wohl an manchen dienst habe ich dem könig geleistet und ich meine er wird sich scheuen mir die ehre zu kränken und deinetwillen will ich wagen was heinrich mir nicht befahl ich biete dir mit der jungfrau und dem jüngsten sohne freies geleit zum gerichte des königs und wenn du es nach dem gericht begehrst wieder in die burg zurück bis zu eurer rückkehr mögen deine dienstmannen die burg halten nur daß sie friedlicher botschaft des königs den zutritt nicht weigern wenn er sich zeugen rufen will zu seinem gericht da erhob sich edith gelobe mir gundumar und er warf sich am altar nieder und legte die finger auf sein schwert unterdes war der könig nach dem hofe gesprengt in welchem er rasten wollte als er durch das gedränge von edlen und landleuten schritt und hier und da anhielt um einen ehrenwerten mann gnade zu erweisen erkannte er herriemann den goldschmied welcher sich demütig verneigte der könig winkte ihm ein wenig zu und da er seltene und kostbare waren wie sie der goldschmied häufig aus der fremde brachte gern ansah und kaufte so befahl er seinem kämmerer frage den herriemann ob er etwas begehrt oder etwas bringt begehrt er so lasst du dir seinen wunsch sagen und bringt er so führe ihn zu mir dem eintretenden rief er gütig entgegen wie gedeihen dir deine fahrten auf des königs straße wir thüringe danken dem könig daß er die raublust der schildträger gebändigt hat versetzte herriemann dennoch wagt sich freche gewalttat auf die straße sobald der könig nur den rücken kehrt ich bin hier um über einen friedensbruch zu richten der euch erfurter nahe genug angeht und ich denke eine warnung zu geben welche andere missetäter abschrecken soll damit friedliche leute wie du zu ehren des königs gedeihen was bürgst du gutes in deinem sack lass sehen nur wenig habe ich was wert ist von dem könig betrachtet zu werden versetzte der goldschmied öffnete einen lederbeutel und bereitete seine schätze auf den tisch geschliffene edelsteine goldene borten und zierliche ketten gewürze und balsam aus dem orient in seltsamen kapseln schnitzwerk aus elfenbein dolche und messer mit kostbarem griff und scheide der könig betrachtete mit kennerblick schmuck und steine und schob hier und da ein stück zurück was bewahrst du in dem kästlein es ist ein ring versetzte heriman mit dem stein den sie sapphirus nennen er verändert die farbe wenn der ringfinger einen becher berührt oder auch einen teller in welchem gift ist der stein wird jetzt sehr begehrt von vornehmen geistlichen und laien der könig warf einen gleichgültigen blick darauf und wies an seinem finger einen ringstein derselben art nicht jeden helden meines geschlechts hat dieser stein vor dem verderben bewahrt heriman es ist sicherer den eigenen augen zu vertrauen als der warnung welche aus steinen kommt besseres hoffe ich dem könig zu bieten versetzte heriman sobald ich von der nächsten fahrt über den rhein zurückkehre denn was hier im lande pilger und fremde händler zutragen das gelangt meist in die hände der ungläubigen juden und diese legen es zuerst den ehrwürdigen herrn williges vor weil er ihr schutzherr ist ich aber dem könige du meinst also die juden stören dir das geschäft frug der könig einen edelstein gegen das licht haltend sie haben das geld und wer mit kostbarer ware handelt vermag sie nicht zu entbehren auch klage ich nicht über sie zumal herr williges ihnen günstig ist weil sie seiner macht in der stadt nützen und dir gefällt die macht des erzbischofs in der stadt erfurt warf der könig hin in betrachtung des steines vertieft ein weiser herr ist williges bald werden die mauern der stadt zu enge sein für die zahl der unfreien welche er von den hufen des stiftes und anderswoher unter seinem gericht versammelt wir alten burgmannen aber die wir uns rühmen von den vätern her freie leute zu sein sehen ungern dass der vogt des königs nicht mehr allein zu gericht sitzt denn es fehlt nicht an schlägereien zwischen unseren leuten und den zugehörigen des erzbischofs ich fürchte bald sind wir die minderzahl doch wir wissen es ist schwer den heiligen zu widerstehen der könig legte den stein weg und frug in verändertem ton wie war's mit dem raub der grafentochter erzähle was du davon weißt die leute des erzbischofs haben die notglocke geläutet versetzte herrimann vorsichtig sonst würde die stadt wenig davon wissen zumal da niemand erstochen wurde selten vergeht eine woche wo nicht größerer lärm in den gassen ist unter den burgmannen sind viele dem helden imo und seiner sippe wohl geneigt denn diese gelten sonst im lande für redliche männer und wer ungerecht bedrückt wird findet zuweilen bei ihnen schutz der könig sah mit großen augen auf den goldschmied und befahl streng packe deinen kram ein ich will heut deine steine nicht sehen denn du kommst nicht um des kaufes willen sondern du begehrst etwas anderes von mir als ich todwund am idisbach lag antwortete herrimann seine steine langsam in den sack sperrend da war es held imo der mich aufhob und ihm verdanke ich dass ich heut vor den augen des königs stehen kann ich wäre niederträchtig wenn ich nicht gut von ihm redete da der könig zuerst mich seinetwegen gefragt hat einrich nickte da hast du recht lass nur liegen herrimann packte aus und der könig sah wieder auf die steine also die leute des erzbischofs schlugen an die glocke ich höre dass einige aus der stadt den räubern vorschub leisteten und sogar mit ihren wehren die bewaffneten des herrn williges an der verfolgung hinderten weißt du auch darüber etwas errimann besann sich sie sagen daß scharfer schwertschlag getauscht wurde und das held imo nur darum ins unglück kam weil er einen anderen der wie sie sagen ein erfurter war nicht unter den schwertern der reisigen zurücklassen wollte und da manche in erfurt glauben daß der held wegen seiner treue gegen ein stadtkind verwundet und gefangen wurde so trauern diese über sein unglück da schob der könig den kram heftig von sich und stand auf räume fort ich will gar nichts mit dir zu tun haben herrimann öffnete zum zweiten mal seinen beutel und packte ruhig ein wenn der herr könig meint daß die erfurter lämmern gleich sind welche sich scheren lassen und dann noch aus der hand die sie geschoren hat das futter nehmen so kennt er seine treuen bürger nicht bei uns lebt mehr als einer der einen racheschwur gegen den grafen gerhard getan hat weil dieser ein raubgieriger und ungerechter mann ist jetzt verstehe ich versetzte der könig sich setzend das an dem dolch ist ja wohl byzantiner arbeit lass sehen und herrimann packte wieder aus wie kommt daß man den mann nicht mit weiden geschnürt hat der wie du sagst für den räuber im oder schwert zog und dem der räuber wie du sagst seine treue erwiesen hat mich wundert daß einer der des königs frieden so frech gebrochen hat frei in den gassen wandelt die wächter des erzbischofs waren stattfremde entgegnete herrimann argwöhnisch nach dem könig blickend und die erfurter haben vielleicht nicht sehr nach dem einheimischen gesucht auch hat der bürger eine gewohnheit bevor er im zwielicht das schwert zieht so streicht er sein haar wenn er es lang trägt über das gesicht vielleicht birgt er auch seine glieder in einem wändischen kittel er trat an den tisch bereit die steine wieder einzupacken lass nur liegen sprach der könig ich sehe dein haar ist kurz genug sagtest du nicht daß sich die dienstleute des erzbischofs zu eurem schaden in der stadt mehren herr die stadt wird dabei groß und wenn auch schlechtes volk unter den zugewanderten ist so muß man doch zugeben der stiftsvogt des mainzers hält über seine leute strenges gericht nur sorgen bei uns die alten welche bescheidenheit haben dass die königsmacht dadurch kleiner wird und dass sie vielleicht einmal ganz schwindet denken viele wie du dass sie lieber dem könig dienen wollen als dem erzbischof das mehrteil wird sagen es kommt darauf an wie der könig ist und wie der erzbischof ist dennoch wenn der könig eine starke hand hat und sein vogt billig denkt so wird der bürger freudiger einem helden dienen der ein schwert trägt als einem geschorenen haupte ihr selbst sitzt am liebsten daheim aber ihr hört es gern wenn der spielmann vor euch singt wie die knie des königs im drange der schlacht wund gerieben wurden sagte der könig mit trübem lächeln gemächlicher ist dein herzsitz herriemann als der sitz deines königs welcher das ganze jahr im sattel reitet geh in frieden mit deinen waren dies hier habe ich für die königin ausgewählt lass dir den preis von meinem kämmerer zahlen und vernimm noch eins was ich dir in deiner redeweise vertrauen will die bescheidenen leute in erfurt und anderswo meinen der mann handelt unweise welcher mit unbedecktem haupt auf der straße läuft wenn der hagel herunterschlägt besser täte er sein antlitz zu bergen bis das wetter vorübergerauscht ist das ist gute lehre versetzte herriemann demütig zumal wenn sie ein könig gibt aber wir im lande haben ein sprichwort womit wir uns trösten je treuer der sinn desto dicker der kopf als herriemann das gemach verlassen hatte sprach der könig zu dem eintretenden kämmerer das ist ein redlicher thüring sorge daß er sein geld ohne verzug erhält ende von abschnitt 18 abschnitt 19 von die ahnen das nest der zaunkönige von gustav freitag diese librivox aufnahme ist in der public domain das gericht des königs auf niedriger anhöhe stand unweit dem mühlberg eine große linde dort wurde innerhalb gezimmerter schranken dem könige der richterstuhl erhöht und sitze für die großen des reiches welche in seinem gefolge ritten die diener breiteten teppiche und polster auf das holzwerk das banner des königs ward aufgesteckt der rufer trat an den eingang des geheges und die leibwächter schritten mit ihren spießen in die runde das versammelte volk abzuwehren die frühlingssonne schien warm und die lärchen sangen freudig von der höhe aber landleute und burgmannen welche in großen haufen herzu geeilt waren hielten sich abseits sprachen leise miteinander und sahen scheu nach dem gerichtsbaum und zurück nach dem dorfe bei welchem das lager des königs war nicht die ehrfurcht allein wendigte ihnen stimme und gebärden sonst zogen sie wohl einem scharfen gericht wie einem feste zu und freuten sich wenn das haupt eines missetäters auf den rasen fiel diesmal war den meisten der mut beschwert entweder weil sie dem helden immo wohl geneigt waren oder weil sie dem grafen gerhard geringes glück gönnten in gesondertem haufen standen die freien bauern von nässebach in ihrer mitte der alte baldhart mit brunikow und seinem geschlecht und baldhart streckte den arm nach dem ring der roten berge aus auf welchen die mühlburg ragte seht dorthin auf dem grunde lag der weiße wasserdunst darüber strahlten die höhen wie abgelöst vom erdboden und wie von eigener glut durchleuchtet an den waldlosen stellen schimmerte das erdreich hier rosenfarben und blau dort blutigrot schaut alle rief baldhart gleich rotem golde glänzt erde und stein manches mal sah ich den alten götterschein an den höhen und jedermann aus der umgegend kennt das gleißen daß man schwerlich an anderen bergen schaut aber niemals erblickte ich solches feuer und bekümmert fragen wir was das blutige licht dem alten landgeschlecht bedeute gegen welches heut der richterstuhl gezimmert wird alle starrten mit scheuer verwunderung nach den hügeln und ruhe tat der müller begann die letzte nacht war still und der mond stand am wolkenlosen himmel dennoch hörte ich im berge ein dröhnen und brechen wie mit schweren hämmern arbeiteten riesenhände in dem gestein und ich sah daß die grauwölfe heulend die nasen hoben und in den berg hineinfuhren da rief eine raue stimme die in der tiefe hausen rüsten sich um junge helden zu empfangen welche vom tageslicht geschieden werden brunico stöhnte und wandte sich ab beklagst du die söhne ihren fritz frug die stimme neben ihm brunico sah auf eine riesige gestalt in einem rock von wolfsfällen das buschige haar des mannes starrte wild um das haupt in dem gurt steckte eine axt mit neuem stil jammervoll ist dieser tag eberhard murmelte der knappe du hattest dich einem von ihnen gelobt versetzte der hirt finster ich aber war allen sieben ein knecht von den vätern her darum bin ich neugierig zu sehen wie meine herren auf ihrem eigenen grunde von einem fremden geschlagen werden wisse eberhard der könig selbst ist gekommen zu richten bis heute waren die söhne irmfrieds könige des waldes trifft ein fremder könig die sieben in den nacken wie mag ihr knecht sich noch seinen herrn suchen der stiel ist neu und das eisen ist scharf schwingt keiner der herren die axt in den baum so hebt der knecht selbst die axt zu einem herrenwurf und er wählt sich das ziel von meinen ebern bin ich entwichen damit ich den fremden richter schaue weißt du mir ihn zu zeigen du wirst ihn erkennen wenn er auf dem richterstuhl sitzt antwortete brunico und wandte sich scheu vor dem wilden ab der könig ritt aus seinem hofe auf das feld hinaus die leute erkannten daß er einen hauptmann der reisigen zu sich winkte und daß dieser nach dem lager der königsmannen eilte gleich darauf tönten von dem anger hörner und das getöse einer aufbrechenden schar als der könig herankam mit großem gefolge von geistlichen und laien klang der heilruf nicht freudig wie wohl sonst und der könig merkte das und schaute düster über die haufen die leute vernahmen wie der rufer stille gebot und des königs gericht nach den vier winden ausrief und sie drängten schweigend an die schranken als darauf immo zum hügel geführt wurde zwischen entblößten schwertern und nach ihm seine brüder da hörte man trotzdem gebot des schweigens lautes klagen und jammern der weiber und viele knieten nieder hoben die gefalteten hände und taten gelübde damit die heiligen sich der angeklagten erbarmten der könig setzte sich auf den richterstuhl und ergriff den weißen stab an welchem das goldene königszeichen einer lilie ähnlich glänzte erzbischof williges trat mit den bischöfen und edlen welche der könig zu ratgebern gewählt hatte vor den stuhl und begann da des königs würde selbst den spruch tun will gegen den edlen thüring immo wegen raub einer jungfrau und wegen friedensbruch so ist uns das vorrecht geworden im rat zu sitzen über die tat und die rache denn so ist es brauch wenn der spruch des königs gegen das leben eines edlen geht was wir befunden haben verkündet jetzt mein mund dem könige wenn seine hoheit es vernehmen will der könig winkte und der erzbischof fuhr fort gegen die ruchbare tat des helden immo und seiner brüder hat graf gerhard klage erhoben wegen des nächtlichen raubes seiner tochter hildegard aus dem dach der herberge und daneben mein vogt zu erfurt wegen friedensbruch und schwerer verwundung seiner reisigen darum möge die gerechtigkeit des königs erwägen ob die schwere tat verübt wurde gegen die jungfrau selbst gegen den vater und gegen den frieden der stadt bekunden ehrliche zeugen dass der mann immo ein räuber der magd war so büße er mit seinem haupt und leben hat er nur durch gezückte schwert den frieden der straße geschädigt so möge der könig ihn strafen nicht an seinem leben aber an seinen gliedern an seiner freiheit an gut und habe wie es dem könig gefällt seine gesellen aber weil sie als jüngere brüder die treue des geschlechtes erwiesen haben möge der könig strafen oder verschonen der könig antwortete ich rühme den rat den ihr bischöfe und herren gefunden als gerecht und billig aber hart war der ausdruck seines angesichts als er auf die gefangenen hinsah sind hier alle söhne des toten irmfried versammelt von sieben nestlingen hörte ich singen und sagen gundumar trat heran einer ist zurück der jüngste sohn gottfried schuldlos ist er herr und hat keinen teil an diesem frevel seiner brüder ist er schuldlos warum wird er dem auge des königs entzogen frug heinrich brachtest du ihn von der burg so führe ihn her gundumar eilte aus dem ring und gottfried trat in die schranken er trug das panzerhemd das ihm die brüder geschenkt hatten um das runde gesicht ringelten sich die goldenen locken in holder scham stand er da auf eine leise mahnung seines begleiters trat er näher kniete vor dem könig nieder und senkte sein haupt der könig sah überrascht auf den knaben im kreise der herren erhob sich ein beifälliges gemurmel und aus dem gedrängten volke klangen heilrufe der männer und segenswünsche der frauen der könig erkannte daß die edlen und das volk ihn rühmen würden wenn er dem unschuldigen seine gnade erwiese und da ihm der knabe gefiel so gedachte er bei sich das geschlecht nicht ganz zu vernichten sondern diesen zu bewahren und sprach gütig zu ihm steh auf und zieh mir ins gesicht gottfried starrte aus seinen großen augen so erstaunt den könig an daß dieser lächelte tritt näher gebot er fasste den knaben bei der hand und strich ihm über die wange in jungen jahren trägst du das eisenhemd wer hat dich so früh mit dem schwert gewappnet du singvogel noch ziemt dir nicht der wilde flug danke den heiligen daß jene dich bei ihrem nächtlichen ritt zurückließen gerne wär ich mitgeritten antwortete gottfried arglos und mich reut gar sehr daß ich's verschlafen habe da lachten die herren ringsum über die kinderstimme und nickten einander zu ich merke sagte der könig wir sind hier in dem lande wo schon die nestvöglein trotzig singen wenn auch ihre stimme noch ganz fein ist dass du den ritt verschlafen hast knabe war dir diesmal größeres glück als die beste heldentat sie auf deine brüder der einzige bist du aus deinem nest der ein schwert trägt wenn es auch in deiner hand noch schwerlich tiefe wunden schlagen wird gottfried sah erschrocken auf seine brüder gürtete sich schnell das schwert ab und legte es dem könig zu füßen verzeiht mir herr könig ich will nicht anders gehalten sein als meine brüder lasst mich das unglück das sie trifft auch teilen und er lief von dem könig zu den gefangenen und stellte sich als letzter in ihre reihe aber gundumar ergriff ihn bei der hand und führte ihn zum stuhl des königs zurück hebe dein schwert auf befahl der könig gnädig damit ich dich selbst damit umgürte als kriegsmann sollen dich gottfried sohn des irmfried von heut an meine edlen ehren da erhob sich ein summen und brausen in der versammelten menge und es verstärkte sich zu einem donnernden heilruf für den könig so dass dieser wieder befremdet über das volk sah denn die leute hofften dass die huld welche der könig dem jüngsten erwies eine gute vorbedeutung sei für das schicksal der anderen brüder aber solche die den könig zu kennen meinten urteilten anders der könig gebot führt die jungfrau herein gestützt auf edith trat hildegard in die schranken ein beifälliges murmeln ging durch die versammlung als die frauen vor den königstuhl traten würdig verneigte sich edith und stand mit gehobenem haupt in der versammlung und der könig welcher gedachte dass sie sich stolz hielt weil sie von den ahnen her dem königlichen stamme verwandt war fasste mit der hand an die lehne seines stuhls und hob sich ein wenig aus dem sitz als er sich gegen sie neigte um die abkunft zu ehren ediths augen aber suchten die söhne als sie immo erkannte das bleiche antlitz und die schmerzvollen züge da tat sie einen schritt auf ihn zu aber sie bezwang sich und hob nur die hand segnend gegen ihn neben ihr stand hildegard die augen zum boden gesenkt ängstlich griff sie nach der hand ihrer begleiterin um sich daran zu halten dies ist deine tochter hildegard graf gerhardt frug der könig und als der graf sich bejahend verneigte fuhr er fort wenig gleicht sie dir doch auch vom knorrigen stamme kommt süße frucht wahrlich mancher meiner jungen helden wird über die missetat des räubers nicht erstaunen fasse mut jungfrau denn der richter welcher jetzt fragt ist dir wohlgesinnt über dem thüring immo hängt die klage daß er dich mit gewalt und entblößtem schwerte aus dem frieden meiner burg erfurt geraubt und durch seine gesellen in sein festes haus geführt hat ob es raub einer jungfrau war die widerwillig der gewalt folgte das erkennt der richter aus dem notschrei der geraubten denn wie dem mann das gezückte eisen so hilft der jungfrau die stimme hast du dich gesträubt gegen die entführung durch abwehren der hand und wenn die hand gebändigt war durch den mund so sprich damit wir dein markttum ehren und die tat des räubers erkennen hildegard hielt sich an edith fest es wurde so still im raum daß man das summen einer mücke gehört hätte aber kein laut drang aus den zuckenden lippen der jungfrau da trat erzbischof williges zu der schweigenden und sprach mit väterlicher milde zum dienst der heiligen bist du bestimmt deshalb mahne ich dich freundlich daß du alle furcht abtust denn du sprichst jetzt für deine eigene ehre der richter fragt ob der mann der zu dir in die herberge drang dein trauter war oder dein räuber darum hast du dir hilfe gefordert so antworte nur ein ja ich habe im angesicht der jungfrau wechselte blässe und hohe röte aber sie schwieg wieder ging ein geflüster durch die versammlung und manche lippe verzog sich zum lächeln graf gerhard aber drängte sich vor und rief ängstlich möge die hoheit des königs nachsicht üben mit meinem armen kinde dem jetzt die angst und scham den mund verschließt in jener nacht aber hat sie gerufen wie einer sittsamen jungfrau geziemt zeter und waffen und hat sich gesträubt so sehr sie vermochte als die räuber sie auf das ross schwenkten da du selbst den schrei nicht gehört hast und die jungfrau nicht reden will so rufe zeugen wenn du deren hast gebot der könig graf gerhard eilte an die schranken und führte den wirt des hessenhofes herbei der mann kniete nieder und bekannte laut gelte der notschrei einer weiberstimme aus dem gemach in welchem die jungfrau rastete und als ich vom lager sprang und mit meiner waffe in das zimmer eilte fand ich es leer auf der straße aber sah ich reiter davon sprengen und erkannte dass einer die jungfrau vor sich auf dem rosse festhielt der notschrei klang von den vier wänden bestätigte der könig doch sah der zeuge nicht ob es die jungfrau war welche rief hauste das grafenkind allein in der fremden stadt nur ihre dienerin kam mit ihr antwortete der graf ein unfreies mädchen warum ist sie nicht zur stelle frug der könig du hörst beklagte etwas fehlt an dem zeugnis gegen dich vermagst du den spruch gegen dich weniger schwer zu machen durch deinen eid und den eid deiner helfer so darfst du schwören dass die jungfrau dir ohne notklage gefolgt ist ich schwöre nicht gegen ihre ehre antwortete immo was mir auch darum geschehe da hob hildegard das bleiche antlitz ein wenig und begann leise einen goldfaden sandte ich ihm und er bewahrt ihn an seinem herzen die sommerlinde auf der idisburg sah es und weiß es daß er mich küßte in der brennenden stadt stand ein steinernes kreuz so wahr das kreuz dort steht so wahr ist es daß er mich aus den händen der mörder gelöst hat durch seinen arm und sein schwert dann kam er in der nacht in der ich angstvoll am boden lag weil ich die liebe zu ihm im herzen trug und doch am nächsten morgen zu den heiligen sollte er weiß es wohl daß ich schwieg als er mich auf das ross seines freundes hob in der stille welche diesen worten folgte hörte man nur das stöhnen des vaters welcher sich abwandte und die hände vor sein antlitz hielt folgtest du freiwillig ohne deiner kindespflicht zu gedenken frug der könig wer denn tat den klageschrei weiß jemand antwort zu geben der antworte damit der zeuge nicht als mein eidig erkannt werde an den schranken rührte sich's unter den bürgern welche aus erfurt herbeigeeilt waren frau kunitroth wurde von herrimann und andern vorgeschoben und der rufer öffnete ihr auf einen wink des erzbischofs die schranken sie warf sich auf die knie und begann mit geläufiger stimme während sie mehrmals aufstand und wieder niederkniete bis sie in der nähe des königsstuhls beharrte es wird kein brei so heiß gegessen als er gekocht ist und ein kind aus burg erfurt traut sich auch noch vor dem könige zu reden zumal wenn er noch jung ist alles kann ich auf das genaueste verkünden herr könig denn ich selbst habe die entführung erlebt und sie war das ärgste nicht was ich erlebt habe schlimmere gewalttat geschieht in der welt und noch dazu von leuten welche weniger gutherzig sind als dieses junge blut ihr sollt wissen herr könig dass ich in jener nacht bei der edlen hildegard war reisemüde sah sie oder sie lag auf dem boden und rang die hände wie es ihr gerade gefiel da vernahm ich draußen getümmel und klappern von pferdehufen und ich tröstete die edle hildegard und sagte ihr das tut nichts es sind nur volle brüder welche gegeneinander die messer zücken und es ist des königs wache sie werden sich untereinander raufen wie sie oft tun da sprang die tür auf und der edle immo trat ein ganz in eisen und er fuhr auf die jungfrau zu welche wie ein rohr wankte da sie ihn sah er fasste sie und rief mußt du zeter schreien kunitrud so harre bis ich zu rosse bin da schlug ich erschrocken die hände zusammen und lief an das fenster riß die decke weg und sah hinab aber ich sah nur undeutliches in der finsternis bis ich mich endlich besann und das geschrei erhob wie sich geziemte der könig winkte und der rufer bedeutete der bebenden frau zu schweigen worauf sich diese wieder mit kniebeugungen aus den schranken zurückzog folgte das weib widerstandslos dem heischenden manne entschied der könig so vermag der richter nicht ihre ehre zu rächen sie selbst hat sich ihres rechtes begeben und ist mitschuldige der gewalttat denn nicht ihr stand zu sich den gemahl zu wählen sondern ihrem herrn und vater an der jungfrau hast du schwertloser durch den raub keinen frevel geübt der richter fragt ob du ihn geübt hast gegen gerhard den grafen dieser aber hat wie du selbst sagst dir sein kind nicht verlobt sondern er wollte es nach dem wunsch des königs geschleiert den heiligen weihen weißt du immo was dich von dieser missetat entschuldigt so verantworte dich die lippen immo's bewegten sich aber er schwieg da immo auf die frage welche für sein leben entscheidend war nicht antwortete hob edith mit einem klageschrei die hände zum himmel eilte durch die versammlung zu ihrem sohn und umschlang ihn mit ihren armen er aber warf sich vor seiner mutter nieder und barg sein gesicht in ihrem gewande unter den brüdern entstand eine bewegung odo trat ein wenig vor und begann auf einen wink des richters immer wünschen wir dass der könig uns gnädig sei zumal wenn wir vor ihm sprechen sollen und doch behender worte nicht sehr mächtig sind so geht es jetzt mir was aber die klage des grafen gerhard angeht so behaupte ich odo irmfrieds sohn und mit mir meine brüder ortwin und erwin adalmar und arnfried dass die klage völlig eitel und nichtig ist und wenn es königs huld uns schwert und ross gewähren will so sind wir fünf die wir jetzt schwertlos stehen bereit dies gegen den grafen gerhard und vier ehrliche kämpfer seiner freundschaft zu erweisen überall wo die sonne scheint die luft weht und der anger grünt der könig sah verwundert auf den jungen helden dem man wohl anmerkte wie er die worte bedächtig erwog während er mit seinen grauen augen und dem unbewegten gesicht auf die versammelten blickte du bist ein verwegener gesell dass du die klage über eine ruchbare missetat ungehörig schildst du selbst hast die geraubte jungfrau auf der burg verschlossen ich bin nicht mein bruder versetzte odo trocken mir war auch bisher ganz wohl in meiner eigenen leibeshülle die klage aber geht gegen den helden immo und nicht gegen mich darum ist sie grundlos und für jedermann ist deutlich dass mein bruder die jungfrau nicht geraubt hat sie hat den rücken seines rosses nicht berührt als sie in der nacht unter den sternen dahin fuhr war er gar nicht in ihrer nähe als sie hinter dem burgtor abgehoben wurde lag er weiter von ihr entfernt als die stadt von der burg wir im lande aber strafen nur die schwere tat nicht schweren willen was er gewollt hat darum mögen sich die unsichtbaren kümmern welche wie uns die priester sagen sogar die gedanken eines mannes erspähen der richter unter der linde spricht nur über ruchbare und greifbare tat der könig musterte mit scharfem blick den stattlichen jüngling wenn ich dich und deine brüder betrachte so wundert mich nicht dass ihr die sache wieder von des königs bank hinweg auf die beine eurer rosse bringen wollt ich merke du wagst vor dem könig haare zu spalten was jener nicht vollbrachte tat einer seiner blutgesellen dies gerade ist es was ich der gerechtigkeit des königs sagen wollte ungern redet ein mann gegen sich selbst auch ich erinnere hier nur daran dass er schuldlos an der tat erkannt werden möge weil er der älteste von uns brüdern ist und wie ich wohl weiß unserer mutter der liebste und ich fürchte sein tod würde ihr das herz brechen muss also strafe das haupt eines mannes treffen weil das grafenkind auf ein ross geschwenkt wurde so darf doch nicht mein bruder für die tat büßen die ein anderer vollbrachte hätte graf gerhard diesen anderen verklagt so dürfte der andere sich nicht beschwert fühlen du selbst warst der andere frug der könig die jungfrau wurde dem gereicht der das stärkste ross hatte versetzte odo vorsichtig das ross wurde vor jahren von dem weidegrund des königs nach thüringen geführt es ist vom besten sächsischen schlag auch der reiter wie ich merke versetzte der könig tritt zurück jüngling die klage nennt nach recht den urheber er gab den rat er stiftete die tat ihm frommte das vollbringen du aber warst nur sein gehilfe zum andern mal fragte ich dich immo weißt du etwas was dich entschuldigt so sprich immo stand in hartem kampf er wußte wohl daß gerhard in wahrheit niemals der vermählung günstig gewesen war er selbst hatte früher dem könig gestanden daß der graf ihm kein versprechen getan habe und obwohl er jetzt in todesnot war so erschien ihm doch nicht mannhaft an nichtige worte des gegners zu mahnen während er mit seinen gedanken rang ob er reden sollte oder schweigend den harten spruch erwarten begann der könig zu dem erzbischof gewandt als die ratgeber mir durch euren mund hochwürdiger vater ihren rat kündeten haben sie so scheint mir eines nicht erwogen der thüring immo war es welcher dem grafen zu hilfe kam als dieser in kerkernot saß denn hätte der jüngling nicht vor mir das knie gebeugt so würde der graf einem schweren schicksal nicht entgangen sein damals nun hat so scheint mir der jüngling von dem grafen selbst ein versprechen erhalten welches die tochter betraf hat aber der jüngling den raub verübt aufgrund eines gelöbnisses das er von dem vater empfing so würde seine verschuldung gegen den gerhard gering erscheinen denn er hätte durch empfangenes versprechen ein recht auf die jungfrau gewonnen wenn auch der raub ein frevel gegen den könig und den stadtfrieden war da drängte sich graf gerhard eilig hervor und rief laut durch den saal keinerlei gelübde hat der räuber erhalten und kein schwur vermag ihm zur entschuldigung zu gereichen weder die tochter noch irgendetwas anderes habe ich ihm gelobt damit er tue was mir zum heil gereichen konnte ganz ohne entgelt wagte er was für ihn kein schwerer dienst war da des königs gnade über denen die im unglück sind ohne dies barmherzig waltet war ich ihm einen dank schuldig so hätte ich ihm wohl etwas gutes erwiesen durch ein roß oder ein stattliches gewand wie es im lande brauch ist nur nicht durch so unerhörten lohn wie das marktum meines kindes wie rief heinrich war er so töricht deine sünden zum könige zu tragen ohne den brauch der welt zu üben und an den eigenen vorteil zu denken ungern mag ich das glauben wenn auch du es sagst sprich selbst schwertloser mann redet der graf die wahrheit durch immos seele fuhr ein heißer schmerz hätte er den schwur des grafen angenommen vielleicht wurde er jetzt der gefahr enthoben und zuletzt doch mit der geliebten vereinigt die lehre welche er vom vater bertram gekauft hatte mochte unglück und tod über ihn bringen und doch hörte er in diesem augenblicke der entscheidung wieder das feierliche flüstern des alten mönches das ihn damals mit ehrfurcht erfüllt hatte und in seiner seele schrie es dass der rat hochsinnig und ehrlich gewesen war darum sprach er leise in der versammlung der graf redet die wahrheit ich empfing keinen schwur von ihm weder um seine tochter noch um etwas anderes und ich habe mir sie geraubt wie kriegsleute in der not tun weil sie mir lieber ist als mein leben nun denn rief der könig so sprech was trieb dich damals ein unholder bote des grafen zu werden mich jammerte daß der edle gegen einen ehrlosen kämpfen sollte und mehr noch als das schicksal des gebundenen ängstigte mich die trauer der jungfrau und herr wenn ich alles sagen darf wie es mir damals erging ich trug den brief wahrhaftig in einfalt und treuem sinne denn ich wußte und bedachte nicht daß ich meinem huldreichen herrn ungünstiges reichte da flog ein heller schein über das angesicht des königs war es ein sonnenstrahl oder ein wetterleuchten aus seinem zornigen gemüt das wußten die herren nicht die den könig mit gespanntem blick betrachteten nur der erzbischof erkannte daß in dem gemüt des königs etwas vorging und da williges ein sehr kluger herr war so dachte er der veränderten meinung des königs genüge zu tun um zugleich sich selbst einen gewinn zu schaffen den er sich seit lange ersehnte deshalb begann er alle preisen wir des königs huld welche auch an dem schuldigen mann das ehrenwerte zu ehren weiß und viele gibt es hier welche ein mildes urteil für ihn ersehnen keiner aber wagt für ihn zu sprechen weil er an der kirche und den heiligen gefrevelt hat indem er ein weib entführte welches der könig dem herrn verloben wollte darum ziemt vor anderen mir meinen herrn und könig flehen zu mahnen damit er sowohl der kirche eine sühne gewähre als auch dem schuldigen leben und ehre erhalte möge der weisheit des königs gefallen den berg und die burg welche held immo verwirkt hat den heiligen zu übergeben damit sie fort an dem erzbistum gehören und damit ich einen lehnsmann hinaufsetze entweder den helden immo selbst oder einen anderen wie es dem könige gefällt der könig sah überrascht auf den erzbischof er gedachte der worte welche ihm herrn man zugetragen hatte und ihm gefiel gar nicht den mächtigen priester zum herrn im lande zu machen dennoch konnte er die hilfe desselben nicht entbehren und so saß er das gesicht freundlich ihm zugewandt aber in seinem herzen meinte er es weit anders denn ihm hatte noch diesen morgen im sinne gelegen die mühlburg für sich selbst zu behalten aber sie vielleicht als lehn des reiches einem manne aus irmfrieds geschlecht zu übergeben darum hatte er heimlich seinen vertrauten kriegsmann auf den berg gesandt welcher in abwesenheit der herrin einen versuch machen sollte die besatzung zu täuschen oder zu überwältigen und er hatte ihm geboten straks eine stelle der mauer zu brechen damit des königs macht sichtbar werde jetzt gefiel ihm dieser gedanke noch mehr während der könig auf die antwort sann hörte er das rauschen eines gewandes ein mönch kniete zu seinen füßen es war reinhard aus herolfsfeld der vertraute seines kaplans des frommen godohard er winkte dem demütigen zu was begehrst du vater reinhard der du jetzt durch herrn bernheri zum prepositus deines klosters ernannt bist nicht aus eigenen gedanken sondern nach dem will meines herrn bernheri wage ich unwürdiger in dieser hohen versammlung zu bitten zunächst das herr williges mir verzeihe wenn ich anders spreche als ihm selbst gefällt die mühlburg liegt nahe den hufen und wäldern welche dem heiligen wickbert gehören und keine sicherheit hat das kloster in thüringen zu hoffen wenn nicht der gewappnete welcher auf der mühlburg haust dem kloster gehorcht auch ist bereits ein heiligtum auf dem berge welches st wickbert selbst geweiht hat und das edle geschlecht des helden immo betet seit der uhrzeit an den altären des klosters darum flehe ich daß es der gnade des königs und auch der weisheit des erzbischofs gefallen möge den berg und die burg meinem kloster zu gewähren damit dieses einen treuen kriegsmann hinauf setze der auch dem könige wohlgefällig ist der könig sah das zornige gesicht des williges und um seinen munde zuckte ein schadenfrohes lächeln denn ihm war lieb daß die zweite bewerbung leichter machte dem erzbischof für jetzt seinen wunsch zu verweigern er hinderte also die gegenrede welche der erzbischof vorbereitete indem er antwortete uns ziemt demütige erwägung wenn zwei so fromme väter sich dasselbe gut begehren da du aber mir sagst daß das geschlecht des edlen immo sich längst den heiligen wickbert zum schutzherrn und fürbitter erwählt hat so will ich dich immo selbst fragen wie kommt es doch daß ihr seither vermieden habt den heiligen wickbert als herrn zu erkennen übel hast du so scheint es dich beraten daß du dich der lehnshoheit des heiligen entzogst denn er vermöchte dir jetzt vielleicht die mauern zu erhalten was der könig sagte fiel schwer auf das herz des bedrängten mannes dennoch trat er mit gehobenem haupte vor herr was ich als freies erbe von meinen vätern überkommen habe das wollte ich in ehre und wert unvermindert den nachkommen überlassen immer war der stolz meiner ahnen keinem lehnsherrn zu dienen und doch würdest du jetzt froh sein warf ihm der könig prüfend entgegen wenn du dein erbe wenigstens als besitz aus der hand der kirche zurück erhieltest damit du hättest wo du dein haupt birgst immo schwieg antworte mir befahl der könig immo kniete nieder da mein herr und könig mich fragt so will ich obwohl in todesnot eine ehrliche antwort geben kleiner wird alljährlich die zahl der freien im lande mein geschlecht aber saß seit der urzeit auf diesem grunde nicht vom könig und nicht von der kirche stammt unser recht sondern von der milden himmelssonne selbst erbaten meine ahnen ihr eigen bevor könig und kirche im lande herrschten wenig liegt mir am leben da ich doch alles verloren habe worauf ich hoffte aber ein vasall werde ich nicht in dem kreise der edlen entstand eine unruhe und heinrich rief wahrlich der könig mag zufrieden sein dass das erbe deines hauses nur klein ist denn du steigst über den adler und fährst höher in deinen gedanken als die großen des reiches welche selten verschmähen auch von anderen als dem könige land und leute zu empfangen nicht unwahr reden die menschen wenn sie auch die kleinen könige aus dem walde nennen jetzt aber gedenke vor allem ob du der not dieser stunde entrinnest als den räuber seiner tochter hat dich gerhard verklagt und zum dritten mal warne ich dich rede wenn du etwas weißt was dich gegen ihn entschuldigt denn du redest für deinen hals da sprach neben dem könige eine leise stimme lieber herr könig ich weiß etwas heinrich winkte dem jungen gottfried an sein ohr dann befahl er ihm laut zu reden der knabe trat in den ring vor den grafen und begann mutig was mein bruder verschweigt daran will ich mahnen gedenke graf gerhard dass du einst meinen bruder immo einen frosch nanntest der aus dem weiher zu der königstochter hinauf hüpft damals fordertest du selbst dass mein bruder ihr geselle werden sollte und du befahlst der hildegard weil sie den kalten frosch nicht anrühren wollte dass sie es doch tun musste aus einem becherlein haben sie getrunken und aus einem schüßlein gegessen und mit einem goldfaden haben sie sich gebunden den sie meinem bruder immo geschenkt hat heute widerstrebst du mit unrecht dass er ihr gemahl wird denn du selbst hast deine tochter dazu angestiftet dass sie ihn wert halten sollte der könig rief ergötzt was weißt du auf die sage des jungen helden zu antworten hast du selbst den jüngling und die jungfrau vertraulich gemacht wie darfst du dich beschweren dass sie auch später sich zueinander gesellten da rief graf gerhard zornig habe ich jemals einiges von dem frosch gesagt so vermag der könig leicht zu ermessen dass dies nur scherzweise und beim trunk geschehen ist wie man mit kindern wohl zuweilen handelt im ernst aber habe ich nie daran gedacht den helden aus den waldhecken zum gemahl für mein kind zu wählen denn damals stand er noch in klosterzucht und später hatte er die gunst des königs verloren auch war dieses geschlecht eines zaunkönigs welcher hier gegen mich piept mir und meinen mannen oft feindselig und abgeneigt da errötete gottfried im zorn und rief darf ich ihm noch einmal antworten herr könig eine andere sage hörte ich in den waldhecken die er schmäht das einst wolf isegrim ein graf unter den vierfüßigen tieren das nest der zaunkönige verspottete aber teure buße zahlte er dafür denn die vögel aus den lauben begannen einen streit gegen ihn und als sie in einer waldlichtung aufeinander trafen da wurde dem wolf das fell gerauft und isegrim stand am abend mit entblößtem haupt an dem nest der zaunkönige und bat demütig vor allem volk die kränkende rede ab lasst euch erzählen wie wolf isegrim damals abbitte tat der jüngste nestling aus dem geschlecht das er geschmäht hatte wurde ihm gegenübergestellt und vor ihm musste der wolf sich demütigen merke wohl graf gerhard ich weiß das genau denn der junge vogel war ich und du warst der wolf der graf wurde zornrot und unwillkürlich tastete seine hand nach der schwertseite aber im kreise der herren erhob sich ein schallendes gelächter und gottfried fuhr fort indem er dem grafen näher trat und nach dem schwerte desselben wies bei diesem kreuz wurde beschworen daß die fehde abgetan sein sollte und aller groll vergessen und beim mal trug ich dir die erste kanne wein zu und ich den du jetzt wegen seiner stimme schmähst sang dir den willkommen denke auch daran graf gerhard wie du damals zu meinem bruder sprachst sehr leid tut es mir immer dass der könig mit meiner tochter anderes im sinne hat wenn ich mit ihr verfahren könnte wie ich wollte so meine ich sie würde es nirgend besser haben als bei euch in den wald lauben und gern würde ich sie dir gewähren da ich weiß dass sie dir lieb ist so hast du geredet und so hast du selbst ihm den mut gegeben sich die braut zu holen wieder ging ein summen und lachen durch den ring der graf suchte ängstlich im angesicht des königs zu lesen und niederknien sprach er ich flehe daß die weisheit des königs nicht vergangene reden zu meinem schaden gelten lasse denn wenn ich auch hie und da bessere gesinnung gegen den helden immo hatte durch den raub der jungfrau und durch den friedensbruch ist er und sein geschlecht aus frieden und ehre gesetzt und kein edler kann billigen dass ich mein kind auch wenn es nicht geschleiert wird einem von jenen dort vermähle du hast ein recht so zu sprechen versetzte der könig ernsthaft und mich freut dass du gelernt hast strenge über einen mann zu urteilen der geraubt hat nicht vergebens hast du mich gemahnt denn der könig ist dazu gesetzt jedem sein recht zu geben dass er sich verdient hat draußen klang hufschlag der hauptmann trat gegenüber dem könig in die schranken und warf einen ausgebrochenen mauerstein vor dem richterstuhl auf den boden zum beweis daß des königs befehl vollführt sei da hob heinrich seinen arm und rief den söhnen irmfrieds zu die burg eurer väter ist in der hand des königs und harte hände meiner krieger werfen die steine der mauer damit das volk erkenne daß der könig herr ist im lande die versammlung erhob sich die gewappneten schlugen an die waffen und riefen dem könige heil aber die söhne irmfrieds sprangen erschrocken zusammen und edith sah bekümmert nach dem helden gundomar der bei den worten des königs zuckte wie von einer natter gestochen und der könig fuhr fort die mauer breche ich so weit dass der könig mit seinem heer gefolge unter freiem himmel herein reitet du gottfried magst die mauer wieder aufbauen und für dein geschlecht bewahren was dem könig anheim gefallen ist durch den frevel deiner brüder das gebe ich dir dem schuldlosen wieder zurück in deine hand als dein freies eigen das du fortan behaupten sollst als ein geschenk das nicht von der sonne stammt sondern von der gnade des königs denn dem könige liegt auch am herzen die alten landherren zu schützen wenn sie nicht bedrücker ihrer nachbarn werden er wandte sich zu dem erzbischof und zu reinhard und fuhr heiter fort darum mögen mir auch heilige männer meines landes nicht übel deuten wenn ich ihren frommen wunsch für die kirche diesmal nicht gewähre oft habe ich gewährt da sie oft bitten hier aber geht wie er alle merket der handel um königs gut zwischen zwei königen der eine bin ich und der andere hier der kleine könig aus den waldhecken und darum will ich einem herrn meinesgleichen nicht zuwider sein wenn sein krönlein auch nur klein ist da der erzbischof sah dass der könig ihm die mühlburg versagte so war ihm ganz lieb dass die mönche von st wickbert sie auch nicht erhielten sondern ein knabe den er sich einst geneigt machen konnte und er antwortete lächelnd der könig hat weise entschieden und uns allen das herz erfreut indem er das geschlecht eines seligen bekenners vor den edlen ehrte du aber jüngling denke daran daß du fortan als herr auf eigenem grunde gebietest der knabe stand nachdenkend dann trat er vor den könig ist's an dem lieber herr könig daß ich jetzt herr bin über die mühlburg der könig zog einen ring vom finger und faßte die hand des knaben schwach ist deine hand du musst ihn auf dem daumen tragen sagte er wie ich diesen ring hier abziehe und dir anstecke so übergebe ich was dem reiche an berg und burg deiner väter gehört dir zu freiem eigen gottfried küßte die hand des königs und rief freudig und ich darf mit dem gut beginnen wozu nur immer ein herr sein gut gebrauchen will das darfst du jüngling versetzte der könig unruhig denn er sah den jungen burgherrn zwischen dem erzbischof und dem mönch reinhard stehen nur beachte wohl daß du es nicht zum schaden des königs gebrauchst da schlug der knabe froh die hände zusammen und rief nicht zum schaden des königs sondern zu seinem nutzen denn ich will der burg einen herrn geben der dem könige besser dienen kann als ich und er zog den ring von seinem daumen lief damit durch die versammlung zu seinem bruder immo kniete vor diesem nieder und rief nimm den ring mein bruder und nimm den berg aus meiner hand und dulde dass ich dich als meinen herrn ehre denn lieb bist du mir und gütig warst du mir immer wie ein vater immo warf seine arme um den bruder die tränen brachen ihm aus den augen und beide hielten einander umschlungen alles in der halle war still die augen des königs leuchteten hell aber auch er schwieg bis gottfried seinen bruder an der hand nahm und zum könige fortriss dort warf sich der knabe nieder umfasste die knie des herrn und wollte ihn anflehen aber er legte das haupt auf die knie hielt den könig umklammert und schluchzte in seinem schoß der könig dem ganz ungewohnt war daß ihn kinderarme umschlangen machte zuerst seiner würde gedenkend eine bewegung den weinenden abzuschütteln aber das zutrauen und das heiße weinen bewegten ihm das herz und er sprach leise habt ihr je edle herren bessere rede eines bittenden gehört auch du schweigst immo und auch dir rindtau von den wangen ist das euer lied womit ihr die herzen rührt noch mehr fuhr er fort als er sah dass die brüder und die mutter vorn knieten ihr versteht gut wie man eines königs gnade gewinnt leise nur dringt der gesang in das ohr aber er vermag wohl den zorn zu tilgen steh auf knabe und du tritt näher immo dein recht sollst du erhalten im guten und bösen wie du verdient hast mit bleichem antlitz trat immo vor den stuhl des herrn und beugte das knie ich sehe dich vor mir fuhr heinrich fort wie an jenem abende wo du den brief des grafen zu meinen füßen niederlegtest damals war ich unwillig weil du zum vorteil eines andern schwere sorge auf mein haupt sammeltest und ich habe seitdem in meinen gedanken mit dir gezürnt denn immo ich war dir von herzen zugetan und ich vertraute ganz fest deiner treue und einer guten gesinnung zu mir an jenem abend nun meinte ich mich von dir verraten und dass du um das grafenkind zu gewinnen die treue gegen mich verleugnet hättest das tat mir von dir weh und darum war seitdem dein tun mir verhasst heut aber habe ich erkannt dass du redlich gegen mich warst wenn auch unbedacht darüber bin ich froh und obgleich du gegen den frieden des landes gefrevelt und meinen willen gekreuzt hast und obgleich ich einen spruch gegen dich finden muss als herr der über recht und frieden zu walten hat so will ich dir doch vorher die ehre geben die der könig einem edlen gibt der ihm lieb ist der könig erhob sich schnell streckte die hand nach dem knieenden immo aus hob ihn auf küsste ihn auf den mund und lachte ihn freundlich an und sein antlitz das sonst bleich war wie das eines leidenden mannes rötete sich wie einem geschieht der sich heimlich freut als der könig so huldrecht dem gefangenen seine ehre gab schlugen die gewappneten mit den waffen zusammen und riefen dem könige heil und um die schranken erhob sich ein jubelgeschrei welches nicht enden wollte aber den freudenlärm übertönte ein so gellendes und ungefüges jauchzen das auch eifrige rufe erstaunt innehielten und eine blinkende axt flog aus dem volkshaufen nach dem gerichtsbaume und schlug krachend in das holz des wipfels als um den werfer ein tumult entstand und der könig verwundert auf das gedränge sah eilte brunico heran und auf einem wink des königs in die schranken gelassen erklärte er begütigend der wilde sauhirt tat es in übergroßer freude weil er den hofbrauch wenig kennt heinrich sah über seinem haupt das eisen durch die äste blinken er merkte die überwundene gefahr und sprach lächelnd zu immo subulcus surculus sekat ist das eure art ruten zu schneiden wenn ihr einen widerwärtigen schüler strafen wollt und er nahm ein abgeschlagenes reiß welches an seinem gewande haftete und schlug damit auf immos finger jetzt aber höre in demut auch was dir leidvoll wird begann er wieder mit königsmiene und setzte sich auf dem stuhl zurecht die jungfrau welche du entführt hast damit sie dein gemahl werde verweigert dir der vater und du mußt ihr entsagen wenn dir nicht gelingt den guten willen des grafen für dich zu gewinnen bist du zufrieden mit dem spruch graf gerhardt der graf stand in großer verwirrung daß der könig den gefangenen durch einen kuß ehrte und ihm seine ehre vor der versammlung bestätigte ängstigte ihn sehr weil er die geheimen gedanken des königs falsch gedeutet hatte und er vermochte wie gewand er sich sonst zu biegen wußte doch im augenblick nichts schickliches zu erwidern sondern stieß nur heraus und allerdings es ist wie der könig sagt aber ihm ahnte daß er in einem üblen handel war und daß der richter ihm noch arges sann dabei fiel sein umherirrender blick auf heriman den goldschmied welcher außerhalb der schranken dem könig gerade gegenüber stand und seine angst wurde noch größer der könig aber fuhr gegen imo fort da mein vogt von erfurt keine klage gegen dich erhoben hat wegen deines nächtlichen ritts durch die straßen so besteht gegen dich die klage der erzbischöflichen wegen tumults und schwerer verwundung die wunden wirst du nach landesbrauch entschädigen wegen des gebrochenen stadtfriedens sollst du ohne schaden an leib und leben das land räumen und ich versage dir deine heimat dach und herd auf ein jahr und einen tag von morgen an ein leiser klageton des gefangenen zitterte durch die luft und nach jahr und tag fuhr der könig fort falls die heiligen uns gnädig sind sollst du held imo deinen könig zu dem hochfest laden das du feierst wenn du dich vermählst ich selbst will zur stelle sorgen dass ich dir deine braut werbe denn ich habe nicht vergessen dass du einst zwischen mir und meinen feinden standest deshalb gedenke ich jetzt mit dem grafen zu reden ob er mir gehör gibt manches weiß ich von seinen gedanken und taten was vertraulich zwischen uns beiden bleibt und ich weiß auch dass er dir im grunde wohl will nur dass er des königs zorn scheut denn er hat nicht nur günstig über sein kind zu dir gesprochen er hat sogar damals als du am main von ihm rittest schon den goldstoff erworben den ein grafenkind schwerlich tragen würde außer wenn sie sich einem könig vermählt und der könig konntest doch nur du oder ich sein ich aber habe meine königin und du noch nicht habe ich deinen sinn recht gedeutet graf gerhardt so sprich und heinrich warf einen herrenblick auf den schuldigen so dass dieser sich niederbeugend nichts weiter sagen konnte als des königs weisheit rät immer das beste dann rate ich dir auch dem goldschmied herriemann den stoff zu bezahlen und dass du ihm zu den preis das fünffache darauf legst damit dieser eine reiche spende in die hand meines hochwürdigen vaters williges von mainz lege denn auch herriemann hat ursache den heiligen dankbar zu sein weil sie ihn damals und später aus großer gefahr befreit haben du aber hält immo sollst bis jahr und tag vergangen sind mit deinem könige reisen der jetzt seine romfahrt rüstet unterdes wird die jungfrau im hause der edlen edith zurückbleiben wenn der vater wie ich wünsche die herrin gleich zur stelle darum bittet und diese es ihm gewährt du junger gottfried bewahrst bis zur heimkehr des bruders ihm sein erbe und legst es ihm dann in seine hand zurück wie du schon heute getan ihr anderen söhne des helden irmfried aber schwingt euch auf die rosse und folgt dem bruder in meinem heere so oft die speere an den schilden der welschen dröhnen hoffe ich euren gesang zu hören der könig erhob sich legte den richterstab in die hand des erzbischofs und trat vor edith und jetzt base edith wenn der könig durch die gebrochene mauer reitet willst du ihm dennoch freundlichen willkommen sagen mit großem gefolge komme ich und nur wenige stunden werden wir dich beschweren doch man rühmt ja dass speicher und keller wo du waltest reichlich gefüllt sind heut sollst du deinen stammgenossen und vetter gastlich empfangen denn als freund schwingt sich des reiches a zu dem nest der zaunkönige ende von abschnitt 19 abschnitt 20 von die ahnen das nest der zaunkönige von gustav freitag diese librivox aufnahme ist in der public domain schluss im lande der allemannen weilte der gebannte immo auf einem hofe des königs bis seine wunde geheilt war und seine brüder mit reisigem gefolge dem heere zuzogen als heinrich über die alpen nach italien drang und durch überraschung und gewalt den widerstand seiner feinde brach da führte immo das banner der freien thüringe vom walde wie einst sein vater getan er und seine brüder fochten in den straßen roms gegen die empörten römer und als könig heinrich von einem papste den er eingesetzt hatte zum kaiser der abendländischen christenheit geweiht wurde klang auch immos heilruf unter den säulen und steintrümmern der alten kaiserstadt heinrich kehrte im sommer nach deutschland zurück aber er ließ die brüder als wächter gewonnener burgen durch den winter in italien zurück seit jenem gerichte waren jahr und tag vergangen ein neuer sommer zog ins land und kleine blätter schlüpften aus den baumknospen da legten die mannen immos der mühlburg festlichen schmuck an sie hefteten fichtenkränze an tor und zinnen und breiteten schöne teppiche aus dem lande italien an die wände und über den fußboden denn im ringe seiner edlen vermählte kaiser heinrich den burgherrn mit der tochter des grafen und der große erzbischof erteilte den vermählten den segen der kirche edith schritt im brauzug an der hand des kaisers gefolgt von sechs söhnen auch graf gerhard trat hinter dem kaiser einher er lächelte nach allen seiten und freute sich aber er war verfallen und gar nicht in seiner alten kraft denn auf dem kriegszuge hatte ihn ein pfeilschuss verwundet und im heere sagten sie daß der pfeil nicht aus welchem köcher gekommen sei sondern hinterrücks aus dem eines heimlichen feindes da der graf an der wunde kränkelte so sprach er öfter vertraulich mit dem mönch reinhard denn ihn ängstigte jetzt seine feindschaft mit den wickbert leuten als am abend des festlichen tages der kaiser in seinem nahen hof zurückkehrte folgte ihm gundomar welcher dem feste ferngeblieben war in das gemach heinrich hielt dem helden den becher entgegen heut bin ich fröhlich auch du glätte die falten auf deiner stirn denn gutes bedeutet dieser tag deinem geschlechte alles ist dem kaiser wohlgelungen versetzte gundomar ich aber flehe jetzt zu meinem herrn daß er mir nicht zürne wenn ich mein schicksal von dem seinen scheide einrich sah betroffen auf die ernsthafte miene unverständiges sprichst du da ich noch ein kriegsmann war wie du gelobten wir einander gesellen zu sein an den eid habe ich gedacht auch wenn ich dir einmal zürnte wie willst du dich von mir scheiden als ich gestern durch die neu geflickte mauer ritt dachte ich daran daß sie von meinem herrn gebrochen wurde obwohl ich der frau die dort oben gebot angelobt hatte daß der bau meines geschlechtes ihr unversehrt zurückgegeben werden sollte du hattest es gelobt nicht ich unterbrach ihn heinrich du hast getan nach art der könige denn sie üben das vorrecht das gute für sich zu begehren das unrecht auf das haupt ihrer diener zu wälzen auch klage ich nicht darüber denn ich weiß auch den könig zwingt die königspflicht ich aber sah zerbrochen was zu bewahren meine pflicht war und mir war diese tat eine mahnung daß ich genug für meinen herrn getan und gesündigt habe und ich faßte im abendlicht am fuß der mauer und sah in die untergehende sonne da erkannte ich daß auch für mich das tor des himmels geöffnet wird du willst der welt entsagen rief der kaiser bestürzt ich aber brauche dich ein undankbarer bist du daß du mich verlassen willst denn gütig war ich dir und oft habe ich deine harte mahnung mit geduld ertragen gütig war mein herr auch wenn er frug ob die treue des andern ihm nütze gütiger noch ist der herr in der himmelshalle bist du unzufrieden weil ich andere mehr ehre als dich so fordere gundomar was du von dem einen nimmst gibst du dem andern das ist die art der mächtigen ich aber wähle mir jetzt den herrn der jedem zu spenden weiß aus dem schatz seiner liebe er hob eine goldene kette vom halse und legte sie zu den füßen des kaisers dies war die erste spende die du mir gabst und vor allem schmuck habe ich sie hochgehalten wie dieses gold so will ich hinfort alles entbehren was ein mensch dem andern zu schenken vermag einrich wandte sich gekränkt ab gundomar kniete an seiner seite nieder und faßte seine hand laß mich dahin fahren gleichgiltig ist mir alle freude der welt geworden wenn ich deine ritter im kampfspiel reiten sehe und die langen züge der wallenden in ihren festgewändern so scheinen sie mir wie spielende kinder gegenüber den hohen engeln die ich im abendlicht dahin schweben sehe der kaiser hielt traurig die hand des knienden fest und dieser fuhr fort alle liebe die du je zu mir in deinem herzen gehegt lass sie den knaben meines geschlechtes zugute kommen der junge held dem du heut deine huld erwiesen wird ihrer würdig sein er hat sich gesträubt gegen den fremden willen der ihn in das kloster warf damit er für die schuld anderer büße jetzt tausche ich mit ihm der jüngere held in blühender jugend soll meinem könig unter waffen dienen ich aber wende als müder mann meine schritte dem kloster des heiligen wickbert zu auf der mühlburg aber saß edith in dem hohen herrenstuhl zu ihren füßen die sieben söhne und im ringe umher die vertrauten gäste des geschlechts heriman das haus baldharz voran brunico und der mönch rickbert auch balderich mit seiner tochter und andere freie aus den nachbardörfern die gäste schwenkten fröhlich die festbecher welche die junge wirtin hildegard ihnen mit holdem lachen darbot als sie den becher zu brunico trug reichte sie ihm die hand das nächste hochfest feiern wir im hofe deiner braut und flehen segen für euch beide und immo mahnte seinen klostergenossen rickbert jetzt ist die stunde gekommen wo du vom kloster und von den vätern berichten sollst gutes und böses habe ich zu künden begann rickbert ganz verwandelt kehrte tutilo vor einem jahre in das kloster zurück er hatte mit kaiser heinrich seinen frieden geschlossen und demütigte sich bei seiner ankunft vor herrn berneri dieser aber wurde täglich kränklicher er stieg niemals mehr von st peter herab und warf in seinem gemach mit dem krückstock nach den hirschgeweihen weil er den stock für einen speer hielt der kaiser aber wollte nicht leiden dass dem herrn berneri so lange er lebte sein amt genommen würde da nun reinhard fast immer in der nähe des erzbischofs weilte so wurde tutilo wieder zum prepositus erhoben und er herrschte in ganz neuer weise denn sonst hatte er wenig auf die regel geachtet jetzt aber wurde er hart und eifrig und versagte den brüdern auch erlaubtes du selbst magst ermessen ob er das getan hat aus frommen eifer oder aus einem anderen grunde darum wurde der wider wille der brüder groß und mehr als einmal kehrten unzufriedene dem heiligtum den rücken und liefen aus so verbot tutilo im letzten herbst dem vater bertram fernerhin in seinem garten zu arbeiten weil dieser sein herz in sündiger weise an die obstbäume gehängt habe da stieß bertram seinen spaten in die erde und ging schweigend in die klausur zurück sintram aber saß seitdem kraftlos in seinem garten und vermochte nicht mehr zu graben tutilo herrschte auch diesen an und bedrohte ihn mit buße und geißel als bertram das vernahm erhob er sich und weil gerade wieder brüder in empörung von st wikbert scheiden wollten schritt auch er trotzig aus der klausur in den garten nahm seinen spaten auf den rücken und winkte sintram dasselbe zu tun so zogen die beiden alten in die wilde welt traurig war ihr anblick für die wandernden brüder denn beide wankten vorwärts wie unter schwerer last als sie aber zur höhe gekommen waren wo am birken gehölz das steinerne kreuz errichtet ist als grenzzeichen unseres glockenschalls da läutete gerade die glocke vom turme des heiligen michael der wandernde haufe wandte sich um und manche klagten und weinten bertram aber sprach weiter vermag ich nicht zu gehen und von der ehrenen stimme des engels will ich mich nicht scheiden wandelt ihr dahin und sucht frieden in der fremde mir gefällt diese stätte und hier will ich bleiben auf der stelle begann er eine grube zu graben und die brüder vermochten ihn nicht abzuhalten denn er antwortete ihnen nicht mehr endlich verließen ihn die andern nur sintram blieb bei ihm am nächsten morgen läutete dieser an der klosterpforte und berichtete daß sein geselle bertram in frieden geschieden sei und daß er neben einem grabe liege daß er sich selbst geschaufelt hatte sintram aber wankte in die klausur zurück und blieb darin bis sie ihn nach wenigen tagen auch hinaustrugen der gute vater heriger setzte durch daß die beiden an der stelle bestattet wurden wo die glocke von st michael sie gemahnt hatte und gerade jetzt wird dem hohen erzengel eine kapelle über ihrem grabe erbaut jetzt ist herr bernheri von uns geschieden eine neue ordnung beginnt für st wickbert und ein heiliges leben auch ich fahre jetzt dahin zurück immo hob die hand gen himmel unter den engeln weilt ihr liebe väter blickt günstig auf den mann herab den ihr als wilden schüler gesegnet habt den guten lehren die ihr mir übergeben habt verdanke ich leben und glück einem spruch habe ich nicht gehorcht der mutter und den brüdern habe ich zu lange meine kriegslust geborgen dadurch habe ich uns allen das herz krank gemacht daß ich aber in der eigenen bedrängnis meinen helfer herrimann nicht im stiche ließ sondern die letzte kraft daran setzte ihn zu retten das hat wie ich merke dem könig bessere gedanken über mich eingegeben gerade als er mir am meisten zürnte und dass ich mir von gerhard als er in not lag nicht die tochter angeloben ließ das hat mir die neigung des königs und die braut wieder gewonnen mein erbteil habe ich nicht in fremde hand gelegt darum stehe ich jetzt als froher herr auf freiem eigen so hat sich jede lehre als heilbringend bestätigt da rief edith ihm lachend zu zornig trugst du das schülerkleid dennoch sollst du heut die mutter preisen daß sie dich den widerwilligen zu den altären sandte denn nicht die weisheit allein sondern auch was wenigen glückt die liebe hausfrau gewannst du dir unter den mönchen durch die klosterschule ende von abschnitt zwanzig ende von die ahnen das nest der zaunkönige von gustav freitag gelesen von bernd ungerer spüren spüren und